Yo, it's VIP, Crime Boss Rocky City, where the grass is green and the girls are pretty! Jetzt mit Cullen, Janina, Schrogy, meine Wenigkeit, Michael Metzen, Michael Rooker, Danny Trecho und mehr! Let's go! Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, hier in Rocky City! Wir haben am Start, ich hab's ja schon vorhin erwähnt, wir werden Banken überfallen! Was? Wir werden Banken überfallen? Was ist das überhaupt für ein Spiel? Der zweite Crime Boss Rocky City ist vor einiger Zeit schon für PC erschienen, aber jetzt, vor einer Woche, am 15. Juni, gab es die Konsolenversion und wir spielen das jetzt gemeinsam im Koop auf der Playstation 5 und haben uns dementsprechend der Atmosphäre gekleidet. Es ist heiß, aber wir wissen ja alle, Men's not hot, never hot! Das ist kein Problem hier! Ähm, ähm, äh, ich hab eigentlich gedacht, dass ich, also ich dachte, ich wollte euch alles über Koala-Bären und Kängurus erklären heute. Die sind gar nicht so lieb! Die sind gar nicht so lieb! Aber, okay, okay, what the fuck are we showing them? Let's shoot this man! Der kommt doch aus Australien, ne? Ja, ja, Crocodile, die haben wir hier am Start! Financial Businesses! Ja! Eigentlich wollten wir Chief Chuck Norris haben, aber Chuck Norris, äh, Chuck Norris konnte leider nicht kommen, deswegen haben wir Colin, ist auch okay! Let's go make some crazy money! Ey, man fühlt sich gut! Du, ich fühl das mit dir, Colin! Ich auch, ich fühl's auch mit euch! Ich fühl's mit euch, ey! Ich fühl's mit euch, ey! Ich sneak mich so rein in die Nummer! Nein, nein! Wo geht's zur Känguru-Fütterung? Ich sag, komm mal mit, zack, zieh ich dir ab, das Kleingeld ist weg! Nix mehr für einen Fütterautomaten! Hier, ihr habt nämlich mit Crocodile Colonia, dem übsten Ripper von hier bis Florida City zu tun! Oder Crocodile Colonia aus Köln, oder was? Das ist ja fantastisch, Leute! I saw Tiger! I saw Tiger! I saw man! Ich will looten! Du willst looten und leveln, das kann man hier auch machen. Unter anderem es gibt Crime Boss, es gibt den Singleplayer, da kann man zum Beispiel Permadeath spielen, da spielt man Michael Madsen. Ja. Aber wir spielen jetzt Großstadtlegenden, das ist der Koop-Modus, Koop-Geschichten. Gibt's ne richtige Story, da ist zum Beispiel Michael Rooker, den kennt man unter anderem, das ist der mit dem Baseballschläger im Hintergrund. Unter anderem gespielt als Yondu aus Guardians of the Galaxy, oder man kennt ihn vielleicht auch als Merle aus Walking Dead, der Bruder von Daryl. Der ist unser Auftragsgeber. Oder ich. Und? Oder ich. Oder als mich kennt man den. Weil ich spiel den doch heute auch, den. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Aber das Interessante ist, wir werden ja nicht die Charaktere spielen, das sind alles Auftragsgeber. Die Charaktere, die wir spielen, da ist ein Roguelike-Element drin, das heißt wirklich, man kann die wählen, aber wenn sie in der Mission sterben, dann sind sie weg. Und wir müssen uns ein anderer raussetzen. Are they firemen for me? Are they firemen for me? We don't want the firemen here with you. Okay. Scheiße. Ich komme einfach als noch krasserer Badass zurück. Sollte ich sterben, was nicht passieren wird? Bist du Jesus? Jesus. Was sagst du? Bist du Jesus? Tod macht die Stärke? Nee, aber volle Taschen lass ich ungern im Diesseits zurück. Aha. Jesus. Der Käse-Jesus. Jesus. Ich mag auch Jesus. Ey, was mir noch wichtig wäre, bevor wir starten. Chat, habt ihr einen coolen Namen für unsere Gang hier? Ja. Weil sonst kann ich nicht performen. Ist mir wichtig, dass ihr ein paar Namen raustürt. Du bist der Coach. Ey, wir sind die Bang-Gang. Die Bang-Gang. Ja, Bang-Bang. Achso, ich dachte, Bonto. Piep. Die Bang-Gang. Okay, sorry. Wenn ich sehe, denke ich so Fehnlein-Hiesel-Schwalz. Ich bin mir nicht sicher, ob Bang ... Ja, Madame Air Force. Die Bang-Bros. Aber ... Nee, ne? Bang-Gang. Okay, wir starten. Wir machen jetzt hier ... Was ist mit den Bandits? Kennst die noch? Bang-Gids. Drei Bang-Gang für Charlene. Charlene. Vielleicht das für die Kasse. Ja, sorry. Wird nicht anders. Ihr seid dran. Das sind aber Kats. Frisches Blut ist im Missbrauch. Geil. Oh, perfekt. So, wir sind die Bang-Gang. Das gefällt mir. Dann gibt's die Katze. Ich trete sie jetzt erstmal die Sonnenbrille ab, weil ich sie goch ... Weißt du die auf? Ja. Geil. Das bin ich, Leute! Das ist alles. Okay, cool. Okay, cool. Cool. Okay, jetzt können wir uns einen der Kalle raussuchen. Gleich gibt's Kasala. Ich dreh dir in die Fresse wie ein Fußballer. Wir regeln das mit Colin. Okay, kann ich da jetzt irgendeinen nehmen? Du kannst irgendeinen nehmen. Du kannst ja sehen, die haben detaillierte Infos. Da kannst du drauf gehen. Da steht dann auch, was für Attribute die alles haben. Agile, Mediziner. Einige können sich öfter wiederbeleben als andere. Andere sind langsamer, stärker, schneller. Bei mir steht, dass sie gebrechlich ist und Butterfinger hat. Ich nehm sie. Aber unverwüstlich in der Mitte. Ja, nehm ich. Stopp, ich bin noch nicht ready mit dir. Warte, warte, warte. Wie kann ich's wieder wechseln? Kreis wahrscheinlich. Und dann Hauptmenü. Nee, 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 geh mal zurück. Und jetzt spielt deinen Charakter aus mit X. So. Silence. Ich bin wieder am Start. Double Time. So, wen nehm ich denn? Ich glaub, ich nehm mal etwas schnelleren. Man sieht hier auch unten die Ausrüstung. Ah, die Ausrüstung. Sturmgewehr ist immer gut. Sturmgewehr ist, glaub ich, immer gut. Shotgun kann man auch machen. Ich mag Butter, ehrlich gesagt. Butter kann man auch machen. Ich nehm mir hier Roofs. Der ist stabil, gut aussehend. Gesperrt, gesperrt. Ja, die haben die schon, die coolen haben die schon. Haben die die coolen schon? Ja. Vielleicht spielt das Wohlvieh oder was? Ist das ne Schoddy? Ist das ne Schoddy, fragt hier, äh, Ice-T, ob das Schoddy ist. Ja, Vamp oder Tuna, aber ich... Alles wieder gut. Mediziner verloren, Unfallwiss, ich käme heimlich, okay. Ich glaube, es ist alles wieder gut. Komm, ich mach einfach mal jeden. Ich nehm jetzt einfach Rolfi. Okay. Okay. Ich finde, unsere Gang ist badass. Ich finde auch. Okay. Also, beste Hose hast du, Janina. Ich hab die Uzi. Ja. Mission starten, kann jemand hier noch mal besträtigen? Ähm, Kreis, äh, Viereck. Viereck, sorry. Ey, jetzt sind halt vier Zeichen, wie soll man die verstehen? Ja, aber jeder Controller ist anders, ich dreh euch. Ich denk an den Job, den wir jetzt haben. Jeder Controller hat ne Seele. Ja, Controller? Ich hab ne Frage, Halt's Maul fragen, los geht's! No question! Ja, wirklich. Das hat er gesagt, ich fühl das. So. Halt's Maul. Er hat gesagt, komm einfach mit. Das ist ein Piece of Cake, dieser Wochenendtrip. Und dafür hab ich die Hochzeit von meinem Schwager. Ja. Okay, okay, aber gut, äh... Moment, die Hochzeit von deinem Schwager ist die Hochzeit deiner Schwester. Let's shut these bitches down. Ja, genau. Okay, was das tun wird, Wirt, erzähl's uns, komm. Okay, infiltriere das Versteck des Fahrers. Okay. Oh, ich hab da... Bonus! Nicht den Alarm auslösen. Alarm! Okay, wir haben grad aber noch nichts, was wir machen können. Ja, wenn du drei... Boah, das sieht aber schön aus. Ich mag den, den, die Sonne hier. Fatty's Bistro. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Ein Fisch-Sandwich, bitte. Ähm, mit Grilled Potatoes. Gibt's nicht! Au! Warte, wie ist der Preis? Moment. Ach toll, ich war schon über 20 Dollar. Keenburger 12 Dollar? Aber es ist ein Menü, es ist ein Menü. Nein, das ist gut. Hallo, ich möchte hoch... Oh, 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 das sind immer Dudes, ne? Hilf mir hoch! Suck me up, steht hier. Hilf mir hoch jetzt! You fuck me up! Kann mal einer kurz sich hinter mich stellen? Weißt du? Ja, können wir mal auf Wirt gehen? Man geht, man geht... Geh mal auf mich? Ja. Hier, kannst du einmal hinter... Geh mal auf... Oh, auf die Wurst? Nein, beim Wagen. Du bist beim Wagen? Ja. Okay, ich bück mich? Scheiße. Das funktioniert nicht. Ich bück mich, meine ich. Das funktioniert nicht. Wir sind ineinander. Nein, nein, schade. Ihr geht ineinander. Schade. Aber kannst du Schritt zurückgehen einmal? Ey, dann kann man dir... Ja, warte, kannst du... Warte, warte, das... Ich hab die bessere Sicht drauf. Ich guck von außen. Okay? Okay. Nein, ich bin ein Gentleman. What the fuck? Ich wollte aufs Dach, aber es geht nicht. Ja, dann mach. Geht halt nicht. So. Hör auf, dein Hintergrundsgesicht zu schreiben. Was sind wir eigentlich für Gangster? Ja, guck mal. Janina kann sich am meisten wiederbeleben. Sie hat so fünf Wiederbelebungen. Wir haben drei und zwei. Also Janina kann am meisten Kugeln schlucken. Ja, ich bin, glaub, Tank. Sie ist unser Tank. Ja, ich glaub, ich bin unser Tank. Was willst du? Motherfucker, gib mir deinen Brotzeit Geld. Wie ihr mich anschaut. Ey, das ist doch Future Donny. Grüße an Future Donny. Oh, die jutsche Donny. Future Donny. Shoutout, Mann. Ist das ein... Hey, bei dir sieht der voll anders aus als bei mir. Ja, alles klar. Alles klar, Mann. Die sieht bei mir anders aus. Da müssen wir rein. Nee, wir müssen hier zur Werkstatt. Erst mal wird hinterher. Ja, ja. Wir haben fünf Revives, oder was? Janina hat fünf Revives. Wir nicht. Ich hab mir den Tank geholt. Hallo? Okay. Oh Gott, der Alarm ist doch jetzt schon ausgelöst. Wie zieh ich denn meine Waffen... Ah ja, die kommt von alleine aus. Hallo, ich werde... Hallo? Es geht so viel zum Alarmen. Alarm! 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 Da darfst du mal ein Dreischuss reichen. Schottiman, Girl. Okay, ich... Ich lasse hier den Bohrer. Ja. Liegt da einer schon von uns am Boden? Ja, einer liegt schon am Boden. Wer ist das? Colin, oder? Ja, weil ich einfach... Why? Warum? Es war... Ich musste erst mal gucken. Hallo. Aber ihr könnt mir natürlich helfen. Leute, die... Ja, geht nicht. Da sind noch welche. Ja, die sind am Truck. Hier ist alles voll mit Gangstern. Oh, nee, 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 nee. Oh Gott. Oh nein, Colin, helf mir. Scher, Colin, du machst das schon. Beleb dich wieder. Yes, Sir. Ich geb dir Deckung. Das ist ja einfach ultra heftig. Ich geb mir Deckung. Schön. Oh! Rechts. Wo können wir... Überleichen, dann kriegen wir Munition zurück, ne? Ja, läuft überleichen drüber, glaub ich. Ihr sollt schneller bohren. Ihr sollt schneller bohren. Schneller bohren, bitte. Ey, hier sind die Gasflaschen, da schließe ich gegen. Steht bloß nicht daneben. Boah, beschleunigen. Aber wenn ihr einmal hingeht und es antappt, dann könnt ihr den beschleunigen. Beschleunige den mal. Oh Gott. Ich glaub, der Bohrer jammt. Der Bohrer jammt. Überhit. Okay. Da kommen Leute über den Zahn. Ich werde sie töten. Ah, jetzt verstehe ich das mit dem Beschleunigen. Okay. Wow. Ah, die miese Schweine, was macht ihr denn da? Oh mein Gott, ich hab ihn perfekt getroffen. Kurz vor Rot. Polizei greift an. Egal. Ich baller die ab. Ich verteidige euch. Ich lute hier schon mal was weg. Ich bin leicht down. Ich muss nicht verstecken. Ich bin blutend. Ich bin blutend. Ich bin blutend. Oder? Ich hab euch verteidigt. Wo bist du? Kannst du reinkommen? Komm rein, komm rein, komm rein. Ich belebe die wieder. Ich beschleunige die ganze Zeit den Bohrer, ja? Ja, beschleunige den Bohrer. Ja, beschleunige das Ding. Ist ja nicht. Sehr gut. Ich fühl mich so frisch. Ist offen, ist offen. Collect Loot? Collect Loot, Leute, ja. Polizei! Oh, Polizei! Ich hab alles, ich hab alles. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab alles, ja. Okay, gib mir Rückendeckung, Leute. Geh die scheiß Tür auf! Polizei! Kann ich da raus? Okay, ich werde jetzt rennen. Hast du den ganzen Glut? Ja, ich werde jetzt rennen. Okay, okay, lauf, 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 lauf! Okay, lauf, lauf, lauf! Helf dir! This one goes out to some personal friends of mine. Oh mein Gott. Die LAPD! Fuck, ich bin in den Zaun gelaufen. Nein, ich will nicht sterben! Leute, ich bin gleich tot. Ich brauche Hilfe. Lass mich durch! Gleich hätten wir jemand anderen als Colin nehmen sollen. Du hast den langsamsten Charakter, glaub ich. Und ich schieß mir den fucking Rücken, weil ich mir keinen... Wie machst du das rein? Wie machst du das rein? Wie machst du das rein? Habe ich? Lauf, Colin! Wie geht das denn? Ab zum Snackautomaten! Wo seid ihr? Es sieht nicht aus, als wäre der Loot drin. Beim Snackout. Das ganze Zeug des Fahrzeugs. Was? Wie, wie krieg ich das rein? Ja, ich komme, soweit ich kann. Helft mir! Feuerschutz, ich komme! Ich komme, ich komme, ich komme! Helft mir Feuerschutz, ich komme! Beste Ansage aller Zeiten. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich bin wieder fit. Wir können also Flucht bitte noch nicht starten. Drecks Uzi hier! Steig ein! Wir können doch nicht einsteigen, oder? Ich glaube, wir müssen noch mehr looten. Wir müssen noch mehr looten. Aber ich weiß nicht wo, der Tresor war leer. Die Polizei haut ab, warum auch immer. Okay, wir müssen noch mal rein. Lass doch mal rein! Lass doch mal rein! Lass doch mal rein! Nicht, nicht starten! Was, komm, wir gehen mit? Was, du willst echt noch mal rein? Ja, wir haben nicht genug Zeug! Das geht, wir haben nicht... Okay! Oder weil die Spieler nicht bereit sind. Oder ich komme zu euch, ich komme zu euch! Ja, komm mal zu uns, vielleicht können wir dann gehen. 20k und sind nur 840 Leute gestorben. Das ist ganz schön wenig, was wir... Okay, das war unsere erste Mission, hallo? Das war ein Fehlschlag! Da steht da, das war ein Fehlschlag! Nein! Es war Hammer! Es war unsere erste Mission. Ey, wieso? Wir haben 20k bekommen? Was war das für ein Fehlschlag? Paar Tote, mein Gott! Ey, ich finde, dafür kann man 30 Leichen in Kauf nehmen für 20.000 Euro. Was kostet ein Menschenleben? Also, ich hab den kompletten Tresor in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, wo wir noch... was wir noch retten. Also, Hauptziel fehlgeschlagen. Wir machen's noch mal! Wir machen's noch mal! Wir machen's noch mal! Aber gibt's mehrere Tresore vielleicht? Also, da lag ja auch viel rum. Ich hab mal so zwei Geldpakete, die auf den Schreibtisch lagen. Unachtsam hat sich da irgendjemand die Wocheneinnahmen hinterlegt. Liegen die bei dir auch manchmal auf dem Schreibtisch um? Äh, nein! Überspringen? Überspringen, ja. Ich will wieder Tuna. Überspringen? Okay. Ey, ich will auch jetzt aber nämlich mal... Also, das Teamplay war aber geil. Ja, fand ich auch geil. Wir sind gemeinsam rein, gemeinsam raus. Ja, ja. Wir haben Colin am Leben gehalten. Rein, raus, noch mal. Das war... Teamplay kannst du gar nicht sagen. Kann man denn die Waffe wählen? Oder kann man das? Du kannst die Waffe wählen. Du willst mit den Charaktern. Charakter-Driven. Okay, dann bin ich Shotgun Johnny. Shotgun Johnny. Ich bin auch ne Schoddy. Du auch? Ist das gut? Ich bin Messer Monika. Ja. Und ich bin... Also, einer muss sich noch bereit machen. Ronny Robes. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin auch bereit. RPTV Blau wählt noch. Wird, glaub ich. Ja. Ich will die... Kann ich gleich die Dame nehmen? Äh, Messer Man-Design? Doch, aber warum... Doch, aber warum... Nimm sie doch. Ja, das ist ein Game. Ich muss drücken, wusste ich nicht. Das ist real. Yes. Ey. Das ist ein Real Game. Also, einfach nur mehr Loot mitnehmen. Mehr Loot mitnehmen. Wir müssen alles mitnehmen. Ich hab's auch gesagt. Wir müssen eigentlich wieder zurückrennen. Aber ihr wolltet schon abhauen. Wir wussten nicht, ob es geht. You Feiglinge. Guck mal, 20k durch 30 Leichen macht 6, 6, 6. Uuuuh. Ist das wirklich so? Uuuuh. Zumindest ist das die Rechnung, die gerade Tortellini im Chat auch macht. Und Tortellini ist ein echter Name. Ich liebe Tortellini. Es geht total. Das muss stimmen. Okay, nochmal. Das gleiche. Also, mit oder ohne Alarm? Aber können wir da nicht rein stealfen? Ja klar. Wenn wir da... Ja, also. Gepixel wird. Ich vorgepixel wird. Er ist ein Gamer. Er weiß, wie es geht. Be fresh. Be yourself. Das war die Werbung. Zweimal Fettis Bistro? Ne. Ich. Geil. Wie zieht man die Waffen, wenn ich... Colin, ultra geil. Dreieck, Dreieck. Colin, hast du ein Afro? Das ist ja... Nee, ist kein Charlie drauf. Colin, das ist ja Hammer, wie du reingeslidet bist. Also, ich kann doch zwischen Revolver und Shotgun gerade wählen. Das ist ja Hammer. Oh, der sieht dich. Der sieht dich. Schalt ihn aus. Schalt ihn aus. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, genau. Okay. Lass uns über die Treppe rein. Lass uns von oben rein. Warte, ich versuche ihn mal von hinten jetzt mal K.O. zu hauen. Ja. Und... Ja, der schaut genau in die Richtung. Nein, lass uns oben. Geh lang gehen. Warte, warte, warte. Okay. Das sind die Transporter. Welchen Transporter eigentlich? Ja, nee, der geht hoch. Okay, los geht. Ja, zwei hinten, zwei oben. Das ist schon vollgepissten Hinterhof. One Punch Man. Hier. Da hätten wir den Punchy Punch Meister. Wie kommen wir denn da hier durch unauffällig? Da ist ne Tür. Leiche einpacken. Wo? Hier. Hier zur Tür. Pass mal auf, ich stell mal eben die Leiche hier in den Hinterhof. Perfekt. Die Tür hat sich easy aufgemacht. Ja, sehr schön. Let's go. Schloss ist offen. Hallo. Hallo. Kann ich denn die Leiche loswerden? Ähm... DTP ist uns safe. Kannst du auf jeden Fall aufmachen. Mülleimer. Ich hab die Leiche eingepackt. Warum nimmst du die mit? Ja, schmeißt sie wohin, wo sie nicht im Weg ist. Ich kann sie nicht noch. Doch. Hallo. Hallo, ich hab ne Frage. Was war denn mit der Leiche? Hier, jetzt klauen, 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 klauen. Nein, nein, er ist im Bohrer starten. Wir brauchen die Pläne. Ja, aber hier ist noch mehr Kohle. Ich nehm hier die ganze Geschichte. Hallo, jemand wird gleich gesehen. Jemand wird gesehen. Geht mal weg. Ich nicht. Ich nicht. Doch. Colin war das. Colin, wenn... Okay. Ach so, ich dachte, sie sei hinter mir. Colin. Was? Ihr habt was? Ich bring euch alle um. Ihr habt Colin entdeckt. Ihr miesen Schweine. Warte, da ist er uns hier. Okay, hier ist ein Geldsäcke. Wir sind super viel Kohle. Oh, mit Controller schießen, wieder so ne Sache, ne? Hauptschluss. Man kann die Taschen. Die ist so weit weg. Okay, okay. Ich hab nen Beutel. Ich hab nen Beutel. Ich auch. Wo liegen die denn? Bringen wir den zurück? Ja, wir bringen sie zum Truck. Oh, ich müsste die Tasche werfen jetzt. Fucky Fickberger. Fucky Fickberger hat seinen Sohn. Was soll ich? Da ist ein Gegner. Also... Colin, komm. Ich komm zu euch, ich komm zu euch. Oh shit, Colin. Zwei Schuss Scheiße. Oh shit. Ach du Renner schon wieder. Ich hab experimentiert. Und das ist offensichtlich sehr erfolgreich. Ich hab deine Tasche jetzt, Colin. Ich mach das jetzt selber. Ja, mach das. Ist es die Leiche oder ist es Geld? Colin, ist es Leiche oder Geld, was ich in der Hand hab? Niemand weiß. Er bohrt schneller. Leichensack, es ist ne Leiche. Ja, den, den... Der bohrt er schnell durch. Der bohrt er schnell durch. Wartet man, der darf nicht überhitzen. Wenn er schneller bohren soll, dann muss er beim grünen aufbauen. Ich bin auf dem Dach und halte die Stellung. Musst du schön fächern. Der muss beim grünen aufbauen. Ich verteidige euch. Mieses Schwein, greift er von hinten. Aber es ist tot. Wer schießt denn da durch die Wand? Das war ich. Weil ihr... Ihr wurdet angegriffen. Lasst mich das Beschleunigen vom Bohrer übernehmen. Ich glaub, ihr rafft's nicht. Janina hat Bohrer-Erfahrung. Ist offen, ist offen, ist offen. Ja, nimm den Scheiß. Fimm die Pläne mit. Jo, hier liegt auch noch Geld. Und jetzt müssen wir das ganze Geld noch mitnehmen. Hier liegt Geld an der Seite. Kommt mal her, kommt mal her. Nimm Geld mit, ein bisschen viel Cash. Der gelbe Sack hier. Ich baller von oben. Volle Verteidigung, maximale Härte. Kommt mal her, wir brauchen noch Arme. Alles voll. Ja, aber hier, ich muss Leichenberge stapeln. Hier noch Polizei. Wo ist die Polizei? Wo sind die miesen Schweine? Da. Seite, Seite, Seite. Wir brauchen Deckung. Wir brauchen Deckung. Motherfucker! Ah, Polizei oder was? Kommt doch! Wir brauchen Deckung. Hier. Hier, warte. So. Es war einfach nur notwendig, noch einen Schuss abzugeben. Ich bin hinter dir, Birt. Jo, sehr gut. Oh, da geht dich automatisch auf. Lass direkt wieder rein. Ja, direkt hin und den Boys halt. Hallo, hallo, hallo. Ballern! Bam, jetzt haben wir jetzt schon 25k. Bitches! Okay. Na, ein riesen Umweg, aber dafür töd ich niemanden. Haha, Colin, das ist nicht der Moment, pazifistisch zu sein. Doch! Wo ist der Karten? Ich habe den Polizisten... Gehen wir zum Auto, oder was? Ja, wir holen das Geld und gehen zum Auto. Das haben wir noch die ganze Zeit gesagt. Ja, hier ist Polizei-Brutalität überall. Oh, wir haben genug Cash. Ich kann's nicht nehmen. Komm, 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 komm. Okay, ich bin hinter dir. Oh, ich bin fast down, ich bin fast down. Das ist ne Leiche, das ist ne Leiche. Oh shit, das ist ne Leiche. Ja. Lauf, lauf, lauf. Hat Colin uns voll Bambusel damit. Ja, hat er. Super Bambusel hat er. Wir laufen, ich bin bei dir. Ich konnte nicht mehr mitnehmen, weil wir offenbar maximaler. Warum auch mehr Geld mitnehmen, wenn's doch reicht? Komm, 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 komm doch! Komm, 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 komm doch! Ja, wir laufen. Leute, Auto, 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 Auto. Auto, Auto, mein neues Leben. Cash. Haben wir genug? Ja. 34k, sieht gut aus. Was, das war der Unterschied? Deswegen haben wir uns nochmal in diese Todeszone geschickt. Ja. 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 Also man schmeißt die Tasche einfach ins Auto, ne? Wir hauen jetzt ab! Wir hauen jetzt ab! Wir hauen jetzt ab! Ah! Yes! Easy. Come on! Boah, ich schwitze. Ich schwitze doch psychisch. Brobi, wie siehst du da noch alles? Das ist kein Problem. Okay. Oh, krass. Okay, geil. Ne, wahrscheinlich sieht er absolut gar nichts, deswegen. Leider, ich seh alles. Ey. Ich bin voll drinnen. Drinnen im Game. Ja. Ich weiß genau wie, wenn du nachher zum Feierabend das Tuch abnimmst. Das ist so ein richtig schicken Ausschlag da runter. Ja. So ein Grint. Du hast einen am Hals dann, oder? Mhm. Mhm. Okay, weiter geht's. Ja, das war super. Das war super. Wir hätten nicht den Alarm auslösen. Das war doch mal schuld, weil ich die Leichen getragen habe. Super schuld, ja. Hast du ein bisschen Ganja? Ach so, ziehst du schon was rein. Das hat ein Spiel, man soll ja damit spielen. Ja, ich bin auch so drauf. Ich verstehe das schon. Wir, das ist genau wie wir am Anfang gesagt haben. Ja. Wir werden's nicht einmal ohne Alarm schaffen. Jetzt schon. Doch, jetzt. Okay, jetzt machen wir's. Du musst auch auf deinen Arsch aufpassen, nicht nur was vor dir ist. Ja, ich hätte mich von hinten angeschlichen an den Dude. Dann hättest du das, dann mach doch. Ja, der war aber schon tot. Okay, jetzt haben wir starten. Ich bin bereit. Ähm, nur, nur Pink ist noch nicht bereit. Ja. Ey, ich weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid. Die Stadt weiß, dass es uns gibt. Ja, weißt du? Wir machen uns nen Namen. Wir kennen uns jetzt. Wir sind da. Die Gangbang ist am Start, Leute. Aber ich bin voller Anführer irgendwie offenbar. Ja. You gotta earn. You know what I'm saying? So listen up. Here's the shot. You ram the armored van. Get inside. Gather the loot. And escape. You better nut the fuck up, freshman. Hm? You ain't exactly wowing us yet. Habt ihr gehört? No fucking questions. Ja, er ist aber auch ein schlechter Anführer, muss man sagen. Hä, wieso? Weil er halt no fucking questions allowed. Ja, das ist, was nen Anführer ausmacht. Stell keine Fragen und mach. Absolut. Absolut. Danke. Das ist das Leadership-Game. Thomas? Danke so, Werther. Tipp für die Bäckerei. Nehmen wir das Sparschwang hier. Einfach produzieren. Oh, 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 oh. Let's go. Oh, oh, oh. Let mich doch am Arsch. Hier haben wir Nates. Bäm, bäm. Gibt's Nates? Äh, ja. Wow. Bah, 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 bah. So. Was müssen wir eigentlich machen? Neue Hüfte. Okay, wir... Okay, ich... Ich... Einfach ballern, ey. Die... Wie er sich drunterlädt, der kleine Wixer? Okay, sammle 19% aller Beute. Okay. Okay, ja. Einfach vordringen. Ah. Ey, für so'n Raubhörfall ist Gewalt einfach geil. Polizei. Polizei. Oh, wieder Säge platziert. Mach die Scheiße auf, ey. Säge beschleunigen. Ja, das ist nicht so einfach, weil wenn die auf Rot ist, dann ist es warm. Rechts, rechts. Okay, sind alle tot. Auf Rot ist, geht die aus. Man darf die nicht so doll beschleunigen, Leute. Ich mach... Ich... Komm, Autocops. Oh, ich liebe die Shotgun. Ja! Ah! Ah! Guckt euch das an, wie gut ich die Beschleunigung verrede. Ah! Guckt bitte! Bitte zeigt's einmal, wie on point es ist. Oh, wei. Mua! Super. Seht ihr das? Wir sind Kriminelle! Let's go! Das ist unsere Stadt! So ne Arschlochgruppe. Man mutiert sofort zum Arschloch. Es ist irgendwie saupassend, dass ich gestern Orange is the New Black neu gestartet habe. Jetzt habe ich auch ein bisschen Bock auf Gefängnis. Guck immer eine Runde Oz. Da hast du auch Bock auf Gefängnis. Ja. Ich beschleunige nochmal. Oz? Die Legende von Oz? Hey, die HBO-Serie. Aber ich schweife ab. Sag mal, Ammunition ist immer gleich, ne? Über die Leichen. Ja, sag mal, einfach über Leichen rennen. Beschleunige. Über sieben... Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Wer? Wer macht meine Freunde an? Rechts von dir! Ich bin's! Psycho Mike! Polizei zieht sich zurück. Die geben auf! Gleich ist offen, Leute! Gleich ist offen! Ja, hoffentlich! Kommt her, kommt her! Aber da ist wieder jemand am Wagen! Ich komm näher! Und schieße ihm ins Gesicht! Gut, dass wir alle kostümiert sind. Wie lang braucht die Scheiße hier noch? Ist doch gleich offen jetzt! Ja, ist offen! Okay! Steht die Beute! Let's go, Leute! Grab the good stuff! Ja, grab hier mal! Ja, grab hier mal! Ach nee! Wir machen das auf! Da gegenballern natürlich! Okay! Ist auf! Oh, tatsächlich! Da gegenballern! Aufschießen! Aufschießen! Ja! Geil, 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 geil! Alles aufschießen! Ich werf die Tasche raus! Alter! Goldbarren! Goldbarren! Alles mitnehmen! Oh, ist das geil! Gangster müsste man sein! Gangster müsste man sein! Okay, ich hab die volle Tasche! Wo müssen wir damit hin? Zwei Taschen und zurück! Ihr könnt zwei Taschen insgesamt voll machen! Ach, scheiße! Und zurück zum Mager! Die sind ja Backenhörnchen, genau! Ich bin Krogi, der Lotto-Millionär! Okay, ich hab zwei Taschen! Oh ja, auch zwei Taschen! Ich hab auch zwei Taschen! Ich bin alle geschossen! Auf zum gelben Van! Fuck! Von hinten, von hinten! Wer schießt denn da? Verteidigt mich doch mal! Okay! Okay, zwei, zwei Taschen! Fuck you! Die waren direkt hinter dem Auto! Die waren direkt hinter dem Auto! Vorsicht, ich komm zum... Hallo, ich hab keine Munition! Los, Granatos! Los, Granatos! Colin, ich hol dich! Ja! Die Erl, ich bin down! Ich... Oder weil... Ich nehm erst mal deine Bonnetaschen! Hallo! Ja, 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 ja! Scheiße! Wer liegt da? Ich sterbe im Auto! Ich sterbe im Auto! Ich komm, ich komm, ich komm! Ich komm, ich komm! Hol neue! Wie heilig dich? Vierheck drücken! Ohne selber zu sterben? Vierheck! Ich mach schon! Yes, man! Ehre! Die nächsten zwei Taschen sind schon! Motherfuck is! Haben wir alle Taschen? Liegen die schon rum? Ja, ich hab deine Taschen rein! Aber wir brauchen mehr! Okay, ich hol! Ich liege! Wo sind die Boys? Hinter uns, hinter uns! Oh, ich bin down! Janina! Janina! Ich hab's nicht geschafft! Ich bin auch fast down! Ich bin tot! Könnt ihr euch nicht selber wiederbeleben? Ich bin halt tot! Okay, Vier! Steh auf! Okay! This is close! Fucky, fucky bear! Ich liege, ich liege, ich liege! Oh, ich schwitze, Alter! Jetzt liegst du! Warte, ich komm gleich! Warte, ich kann mich selber wiederbeleben! Fick die Beckekacke! Nee, wie kann man sich denn selber wiederbeleben? Jetzt liegt alles an, Vierd! Kann, Vierd! Do it! Die Crew wiederbeleben! Oh, das sind Swats! Oh, scheiße! Fuck! Wir haben noch wenig gebraucht! Ey, wir waren einfach so gierig, oder? Wir waren richtige Gierhunde! Nee, wir haben nicht genug gehabt! Gierhunde waren wir! Wir brauchen mehr! Wo kriegt man das so angezeigt? Während? Also während man noch looted? Oder erst mal, wenn man was abgegeben hat, was man noch braucht? Nee, da war oben links war ne... So ne Leiste! So ne Leiste, ja! Alle vier Mitglieder gestorben! Okay! Nochmal! Wie heißt das Game, ihr Schnieken Atzen, wird grad gefragt! Das waren doch dumme Assis! Crime Boss Rocky City! Nochmal! Do it! Crime Boss Rocky City! Nochmal mit Kamera auf mich! Crime Boss Rocky City! Hey, wer hat sich Chase genommen? Okay, wir können jetzt... The Chase is better than the Catch! Oh, ich schwitz, ey, das ist ja so anstrengend! Stir Fry? Nee! Stir Fry? Oh, Schuriken! Betäubungsgranate, Sensorgranate, geil! Chase! Ich nehm natürlich mit! Sollen wir vielleicht irgendwie ausmachen, zwei holen die Beute, zwei verteidigen? Willst du jetzt hier den Lead übernehmen, oder was? Ich bin doch der, der den Lead hat! Okay, ich frag nur! Wenn ihr alle damit cool seid, alles klar, machen wir! Ey, mach das unter euch aus! Es ist nur ein Vorschlag! Es ist nur ein Vorschlag! Ja! Ich hab nur einen Ping! Wir haben doch super viel... Wir haben gerade gesehen, ich hab wohl noch Schuriken dabei, Betäubungs... Wir haben noch sehr viel geilen Stuff, die wir nicht benutzen! Echt geil! Echt geile Lederjacke auch übrigens! Wie benutze ich mein Revive wird, weißt du das? R1! R1 hat... Wenn man selber... Hat bei mir, glaub ich... Hat funktioniert? Hat man mir auch nicht gesagt! Ich wollte noch ein paar mitnehmen, als ich da blutend lag! Das war mir wichtiger als... Wenn du schon liegst, kannst du dich nicht reviven! Ah! Ah! Warum... Ey, aber... Ist denn Revive? Das heißt, wenn du getroffen wirst, kannst du dich noch schnell heilen damit! Ah! Ah! Ey, wenn ich auf meine Gegner baller, dann sind die voll mit Lead, weißt du? Okay! It's game time, baby! Okay, okay! Also... Oh, what? Nochmal ganz von vorn? Wirklich? Konntest du nicht eine andere starten? Nope! Hä? Gehen wir da jetzt einfach rein, let's fucking go! Okay, ist kaputt! Ich will das jetzt wegstelzen und hier... Macht mir das kaputt! Ey, mach mal nicht! Das ist nämlich cool! Weil's schneller geht! Okay, ich bin gleich tot! Versteck mich! Jesus, ich bin fast noch! Da war ich nicht vorbereitet! Bohrer wird platziert! Ich platziere den Bohrer! Platziere! Wo sind die Geldsäcke hier? Ich muss wieder aufs Dach! Ja, wir wollen! Da sind direkt schon Geldsäcke daneben, Leute! Ja, wir wollen! Kokain um! Ah ne, sind sie gar nicht, okay! Kokainer? Ich mach wieder Bohrerbeschleunigen, jetzt kann ich's! Hier hinten sind die Geldsäcke! Wo? Hinten hier? Ganz hinten! Ganz hinten, wo ich so bin! Ah ja! Roof is clear! Roof is clear! Kann man da noch mehr mitnehmen? Und! Johnny, Johnny Mechanic kommt zurück! Am besten schon... Wir sind noch mehr Geldsäcke, Leute! Jo! Weil je mehr wir jetzt schon haben... Da kommen schon einige rein! Wenn die Kopfs noch nicht da sind... Warte mal, kann ich noch mehr mitnehmen? Ey, wer den Pfennig nicht ehrt... Ja! Der... Hat den Sack! Ich nehm einen Sack! Die Bullen kommt! Oh! Okay, okay, okay! Ich glaub der Bohrer ist auch... Wir haben... Bringen wir schon mal was weg, ja, ne? Ja, ja, ich bring schon was weg! Ich auch! Schön wird! Ihr kriegt von mir vollste Deckung vom Dach! Ich bin bei dir! Stark! Ich mach richtiges Rooftopping für euch! Vielleicht sollen wir das öffnen... Ich schmeiß euch mal die Tasche zu! Genau! Colin schmeißt Taschen! Ich will das mal ausprobieren! Tasche kommt! Geflogen von... Sack! Ich hör doch Polizei! Okay! Cash ist da! Meinst du auch drin? Wir brauchen gar nicht mehr so viel! Wir brauchen eigentlich noch die Pläne im Tresor! Ah, scheiße! Okay, dann... Ja, komm, weg! We got it! Okay, jetzt kommen die Boys! Sollen sie kommen! Legen wir um! Massaker! Okay! Tresor ist offen! Tresor ist offen! Ich hab die Pläne! Ich hab die Pläne! Okay! Sollt abzauen! Leute, lasst uns mal pissen! Wollen wir noch mehr Cash holen? Ja, hol den Cash! Hol den Cash! Hol den Scheiß Cash! Hol den Scheiß Cash rein jetzt! Oh Gott! Vor mir ist alles voll! Don Ferrando ist nicht zufrieden, wenn wir nur das Nötigste tun! Gib mir ne Adrenalin-Spritze! Okay, das ist richtig geil mit dem Adrenalin! Hehe! Den muss ich mal ausprobieren in real life! Aber die Mucke pusht auch so ein bisschen, ne? Komm, komm, komm! Kommst von vorne! Ich lauf! Da ist noch kein Kombatter-Eisigstange! Hier sind auch welche am Auto, hier sind auch welche am Auto! Komme! Okay, kommst du! Ich mach roofing! Holy shit! Geil! Alter, hinter uns ist ein Steakhaus! Wir können fahren, wir können fahren, Leute! Gut, old Jimmy! Kommt alle zurück! Aber das ist jetzt eine persönliche Sache bei mir! Kogi, komm! Kogi, du bist auf dem Dach! Ja, Sekunde! Kogi, komm! Ey, gleich kommt das SWAT-Team und... Kogi, die brauchen wir noch nicht! Was, du wieser Schwein! Oh, wie pinkt man! Ich schmeiße Granate! Einfach ein paar in die Pfeiltaste noch rum! Ah, geil! Das ist ziemlich hilfreich! Auf! Kogi, komm! Da schießt jemand! Ja! Ich will jetzt mal wissen, wie wechsel ich denn die? Waffe, Dreieck! Waffe... Genau, aber Wurfwaffen etc. Das weiß ich nicht. Ich glaub, wir haben keine. Ich hätt gern Waffeln! Können wir jetzt rauskommen? Können wir jetzt gehen? Ja, einer fehlt noch! Immer noch drei von vier! Pink, komm mal näher ran! Pink, komm mal näher ran! Ja, ich komme! Ich wollte doch noch die Kopf mitnehmen! Ich esse so gerne Waffeln! Das holt die Staatskasse! Ja, sehr gut! Oh, Leute, Leute! Das hat Spaß gemacht! Die zweite Mission müssen wir jetzt aber auch schaffen, bitte! Die zweite Mission müssen wir jetzt auch noch schaffen! Die war auch nicht so schwer! Wir waren einfach nur gierig! Wir waren gierig bestimmt! Wenn wir angeschossen sind, nehmt euch mal Adrenalin! Das hilft euch ein bisschen, dass wir länger überleben! Äh, jetzt kurze Frage an den Chat! Wer von euch möchte gerne auch in die Gang? Also, wer hat jetzt Blut gelegt und sagt, das ist schon ein geiles Live, was sie so leben! So mit Crocodile Colin am Start! Steh einfach hier, chill dich ab! Nein! Ich führe doch nur Touristen hier durch die Sümpfe! Wie kann man mir denn? Nein! Ich bin nicht ein fucking badass, motherfucker! Oh, damn! I'm a really fucking... Was sind die Granaten? Okay, ich sehe gerade! Ich bin breit! Ich bin breiter als breit! Bereit? Ey, diese Shotgun, die den Shotgun-Blues singt! Das ist geil! Ja! In Moll! Die fühlt sich gut an! Ne, die hat eine schöne Frequenz! Ich hab gerade zwei Köpfe mit einer Kugel gekriegt! Wie geil ist das? Dieses Gefühl ist der Hammer! Ach, deswegen hast du den Alarm ausgelöst! Ja! Aber das war es mir wert, weil der Schuss war wunderschön! Ey, du bist voll im Gangster-Game! Ja! Das sind diese Geschichten! Und was hast du am Wochenende erlebt! Oh du, ich hab zwei Köpfe mit einer Kugel! Das war so schön! Es gibt ja... Du kennst das Gefühl noch nicht, aber es kommt mit der Zeit! Ja, ich ja! Ich lieb's einfach, Knie wegzuballern! Sorry, da hab ich so'n Fetisch! Aber einfach zack, zack, zack! Weil du schon auf die Knie kannst! Ich mag einfach das Geräusch! Hab ich bei Terminator gelernt! Ey, ich! Klingt so schön! Geil! So! Diese Mission kann man aber nicht stealthen! Nein! Weil man direkt am Anfang schon... Jetzt aber! Let's go, Team! Okay, let's go! Schießen! You know the drive weird! Kleiner MoFucko! Da habt ihr aber auch echt ne gute Besetzung ausgesucht! Muss man auch sagen! Ja, wir hatten halt keine anderen! Das Beste, was wir kriegen konnten! Okay, ich bin am Truck, ich mach auf! Machst du die Säge ran? Ja! Wisst ihr, was das Schöne an der Shotgun ist? Man hat einfach Bock, mehr Schüsse abzugeben als nötig! Ja, Mann! Das weg! Kommen die Bullen! Schon wieder on Bullen! Beschleunigt! Ich ruf den Bullen! Ich mach wieder Beschleunigung der Säge! Codename! Mambo Jumbo jetzt! Mambo Jumbo! Ey, ich hab die auf dreifache Geschwindigkeit gepusht, die Säge! Sau gut! Notsäge! Noch ein Squad! Nicht, dass die Overpower draus kommt, die Säge! Nee, nee! Kops, von wo? Von links! Je nachdem, von wo ihr guckt! Also, in wagen Blick Richtung links! Oh! Ich seh's! Ich seh's! Ich mach's alles fertig! Da hinten kommen noch welche! Ja, ja, kein Problem! Ich bin da! Schalt euch den Rücken freien, Freunde! Die Säge geht richtig schnell voran! Geil! Schön, schön, schön! Weiter so! Sägen-Coach der Cajun-Sau! Beim Krankenwagen? Ich hab... Oh, hinter uns wieder! Aber Krankenwagen nicht abknallen! Wenn der Krankenwagen kommt, knallen wir nicht ab, ja? Wir sind Gangster mit Ehre! Ja! Wir haben nämlich Korn da! Und jetzt halt Maul! Glaub ich mir rein! Gleich ist offen! Ist offen! Ist offen! Ist offen! Ist offen! Ist offen! Stich die Beute! Stich die Beute! Stich die Beute! Ey, ich lute die Scheiße jetzt hier einfach! Baller die ganze Nacht! Baller die ganze Nacht! Stich die Kacke hier! Ey, ob Papier oder Senkblei! Ich nehm alles mit! Okay! Lass mal gemeinsam zum Wagen dann! Ich nehm jetzt zwei Taschen mit! Ich nehm jetzt zwei Taschen mit! Ich nehm zwei mit! Ich nehm die Beute! Ey, wir müssen richtig! Komm mit, komm mit! Ey, wir müssen die Bosse beeindrucken jetzt, ne? Ich glaube es reicht, Leute! Komm schon mal zum Auto! Ja, aber... Ey, ich loote noch was! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ja, aber wir schmeißen ja jetzt rein! 83 Prozent! Ey, ich nehm mir noch Gold-Silber-Barren mit! Ja, nimm mit! Nimm mit, Colin! Nimm mit! Lass es lieber auch nochmal gehen! Wir hätten nicht, dass es dann um einen Prozent nicht reicht oder so! Komm, nimm doch! Ich hab zwei Taschen, glaube ich! Ja, raus, raus, raus! Zum Auto! Okay, sie ballern! Äh, Krogi, du kannst auch schon zum Auto! Mach ich! Ich hab nochmal was mit! Jetzt muss es safe reichen! Ey, ey! Sie ballern mich tot, ne? Swat-Cost! Und rein mit der Tasche! Das ist das Wichtigste! Ah, ja! Ich kann sterben! Swat! Swat-Ergriff von der Seite! Swat-Ergriff von der Seite! Ich bin da! Ich bin da! Es ist voll, es ist voll! Lass es gehen! Das ist aber... Oh, shit! Ich liege! Boah, wo sind die denn? Ich bin auch gleich tot! Wo sind die? Ich hab mich wieder! Ich hab mich wieder! Ich hab mich wieder! Ich hab mich wieder! Boah! Ja! Oh mein Gott! Das war viel zu knapp! Das war viel zu knapp! Er hatte so einen vollen Sack! Ich hab's gesehen! Ey, das Problem ist... Ich trau mich kaum, aber sag's nicht den Bossen! Ich hab einen Sack mit Goldbarren neben das Haus! Nein! Colin! Ist egal! Ein Teammitglied ist gestorben! Bin ich das gewesen? Ich bin gestorben! Ganz am Ende! Echt? Ganz am Ende, ja! Aber wir haben's trotzdem gepackt! Ey, wir haben... Töte keine... Wo waren denn da Zivilisten? Ach so! Verliere kein Teammitglied! Das war auf Hebel geschlagen! Guck mal, wir haben... Seht ihr das in die Statistik? Wir haben 29.000 Bargeld! 11.000... Also fast 12.000 extra Geld! Und dann kriegen wir einen Abzug! 4.485 Entfriedungsgebühr! Wir müssen also um Entfriedungsgebühr zahlen! Entfriedungsgebühr! Und das war's! Ich glaub, du musst einen neuen Charakter suchen, oder? Oh ja, wir brauchen einen neuen Charakter! Wie nochmal? L2? Und jetzt findet er uns cool, oder? Ey, aber Heat... Äh, dann an Heat! Heat ist ein ultrageiler Film! Heat ist ein guter Film! Gerade am Wochenende erst gesehen! So, ich will jetzt mal... Ja, Heat! Wie kann ich meinen Charakter... Ach, jetzt! Okay, alles klar! Wie? Ich kann den nicht mehr spielen, den ich gerade gespielt hab! Wie kann ich denn jetzt die Waffe wechseln? Oder geht das jetzt nicht mehr? Weil das wissen wir nicht! Du kannst deine Waffe nur nach Charakter nehmen! Nur nach Charakter! Ja, aber die Nebenwaffe... Ich hab glaub ich eben Schuriken... Ach so, Scheiße! Mit Dreieck! Gut, dann bin ich halt bereit! Okay! Ready? Ich muss jetzt einen anderen wählen! Born ready! Was hast du denn für ein geiles Sniper Rifle da, oder was? Weiß ich nicht! Ich glaube, es ist eine Shotgun, ehrlich gesagt, oder? Nee, du hast doch was mit Zielfernrohr! Oder, Krogi, bist du das? Ich bin die Lady! Und die ballert hart! Sorry, dachtest du grad nur, weil ich eine Frau bin, dass die Lady genommen hab? Ich nehm immer die Frauen! Ich hab nen komplett... Die Ballern härter! Ich hab nen komplett neuen genommen, weil meiner weg war! Ich glaub, der ist komplett... Der ist perma-tot dann! Das tut weh! Ja, das tut weh! Ja, das tut wirklich weh! Nach perma-frost, perma-tot! Skidab! Wirt hat's gut vorbereitet, danke Wirtmann! Alter, die Mucke ist so geil dabei, dass man einfach... Ja, das ist die ganze Zeit so... Man dreht so innerlich auf und... Ja! Okay, was... Best der Heißfilm aller Zeiten? Ja, also Heat ist schon ein richtig guter Film! Oceans Eleven. Ah. Ja, sieben goldene Männer. Okay, dafür seid ihr wahrscheinlich. Die 36 Kammer der Schaulien. Wie Italian Jim. Wenn ihr noch sieben goldene Männer kommt, dann habt ihr auch damals auf ARD und ZDF alles weggesuchtet. Hier sitzen ja schon mal drei. Vor dem Privatfernsehen. Das klingt wirklich nach den Kammern der Schaulien. Ja, wirklich, Hammer. Oh, ich bin gespannt. Wollt ihr stealthen jetzt? Okay, jetzt aber mal ganz langsam, ja? Ich will stealthen. Ihr tritt die Bank, verwende maximal zwei Wiederbelegungsversuche, das ist ein Bonus. Also, wir, ich muss noch mal fragen. Das ist eine Kamera, das ist eine Kamera, schieß die Kamera kaputt. Das war saulaut. Das war zu laut, ja. Ich glaube, wir hätten sie einfach avoiden müssen. Aber jemand hat auf die Kamera geschossen. Ja, ich habe auf die Kamera geschossen, weil du nicht rausweggegangen bist. Ja, scheiß drauf, jetzt machen wir es halt laut. Ey, das sind Zivilisten. Ey, sorry, sorry. Sorry, ey, Leute. Ja, aber die schießen auf uns. Zivilisten schießen nicht auf uns. Ey, eben, aber banküber ambitionierte Bankangestellte. Ja, das sind die Bankangestellten. Mit Kabelbindern, damit die nicht... So Emporkömmlinge, die schießen auf uns. Oh, damit die keinen Stress machen. Ey, ihr könnt die mit Kabelbindern befestigen, die Zivis. Die kannst du befestigen an dem Tallebaum. Und dann können die keine Verstärkung holen. Was kann man hier holen? Ey, wir hätten es... Zugangsschlüsselkarte, ich habe irgendeine Schlüsselkarte aufgehoben. Ja, super, das ist extra Loot. Wo denn, wo? Weiß ich nicht, weil Schlüsselkarte gleich mehr Geld. Wer sagt Bescheid, wenn ihr... Hier ist das Chefbüro, wenn es hier noch Loot drin. Natürlich nicht. Oh! Ey, die Swats kommen gleich durch die Decke. Hallo, wer steht da? Okay, okay, und die Tür geht auf in... Wald. Hat jemand auf mich geschossen? Ich habe gerade die Meterangabe mit Minuten verwechselt. Nicht, nicht, nicht überhitzen. Oh mein Gott, du hast überhitten. Ich habe es überhitzt. Lass mich das machen, ich habe das jetzt nicht die ganze Zeit gemacht. Okay. Komm rein. Aber es ist auch wirklich schwer, das stimmt. Ich gehe rein, Leute. Auf den Bohrer locker. Okay, mach. Kommen wir zu den anderen. Die sind drin, die sind drin. Schnell raus. Die sind da, die sind da. Alter! Ey, die sind drin, ich kriege die ganze Zeit Schüsse ab. Wo? Ich habe fünf Schuss neben einen Korb gesetzt, der einen Meter von mir entfernt hat. Was war das denn? Ich kriege Schüsse ab. Oh, du hast einen Penny entdeckt. Guckt euch das bitte an, wie es schon wieder da drin ist. Oh mein Gott! Was? Wer hätte so schön stetsig können? Scheiß drauf, Colin! Ich gehe mal kurz aufs Dach. Colin Zoll zieht sich zurück. Ich gehe auch aufs Dach. Das heißt, es kommen gleich die Schlimmeren. Machen wir vom Dach. Machen wir vom Dach alles. Wie kann man denn die armen Leute fesseln? Äh, vier. Äh, mit der... Hier, Schulterkasse rechts. R2. Okay, oben ist alles gut. R2. R2 ist... Ich bleib beim Boom. Um Himmels Willen, das ist ein Scherz. Äh, ne Quatsch, ich habe auch nicht zugehört. Wie kann man R1? Viereck. Viereck. Du musst ganz nah rangehen, dann kannst du Kabelbinder benutzen. Ist das Ding offen? Lohnt es sich zu looten? Ne, ne, ich bin beim Boore die ganze Zeit und beschleunige. Boah, was ist das für ein Boore? Ich glaube, ich komme von der anderen Seite. Du hast wieder am falschen Ende gespart im Baumarkt. Ich glaube, da hat Swatting angesagt. Wie, du wolltest den teuren nehmen? Ja. Wichtig für 50 Euro? Meine Güte, du und deine scheiß Sonderangebote immer. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe extra mit diesen Discount-Plaketten gegaut. Aber 20% auf alles, das ist Tiernahrung. Wo ist das scheiß Swat-Team? Wenn man es abknallen möchte. Ja, ich weiß, ich suche auch noch. Aber wir bleiben oben. Oben sind wir Self-Collins. Da ist ein Kopp. Korrigiere, da war ein Kopp. Ein bisschen über der Hälfte. Die müssen erst mal die Treppe hochkommen, die Boys. Stimmt. Da ist noch ein Kopp. Schleich dich hinterm Busche. Bäm. Good job, Colin. So. Good job. Da hinten kommen zwei Kops. Korrigiere. Boah, 2,9. Wie lange dauert es denn noch? Hast du richtig Kohle oder was? Ja, ja. Lohnt sich schon zu kommen? Ich beschleunige die ganze Zeit. Kops kommen von hinten. Der ist wirklich auf dreifacher Geschwindigkeit. Der fucking Kopp. Swat-Roller. Colin, Swat-Team. Wo? Kommt zu mir, Swat-Team. Ja, aber die Kops kommen die, kommen die, ähm, ach, ist auch egal. Wir bringen sie. Wo ist die Swat-Tinger? Was da? Swat-Tinger hier bei mir. Ein Swat-Tinger. Oh ja, Swat. Oh mein Gott. Ey, es ist schon wieder perfekt. Jetzt ist er gleich durch, Leute. Ja, ja. Jetzt ist er durch. Swat-Tinger. Ihr könnt kommen. Schnell, 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 schießen. Da geht noch einer. Colin, der will gehen. Colin, der will gehen. Ah! Colin! Swat-Tinger auf dem Dach. Komm rein, komm rein. Du hast noch ein Tresor. Ich glaub's nicht. Can you motherfucking asses away from me? Wank off my property! Wie, 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 wie geht das denn? Okay, okay, okay. Rein hüpfen. Kohle holen. Da ist ja ein Kopf im Swat-Team. Ich weiß nicht, wie man... Ich mach das schon, ich mach das schon. Du machst das schon. Polizei, es ist nicht zurück. Ich hol die einfachste Kohle. Okay, ich will erst die Fecke... Okay, ich hab einen auf. Leute, kommt rein, kommt rein, holt die Kohle. Wo seid ihr? Verdammte Scheiße, ist die Bank komplizierend. Cop kommt! Schieß den tot! Okay, ich hab einmal... Oh, schön. Wo musst du's hin? Boah, ich will echt richtig Asche mitnehmen jetzt hier. Boah, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Oh, ich kann entsperren. Okay, ist auf. Schön. Bull ist drin, Bull ist drin, Bull ist drin. Ich renn schon zum ersten Mal zum Auto. Ja, ich mach das nächste Fach auf. Okay. Oh Gott, kommt ein Heli. Ein scheiß Heli kommt! Sauber, den baller ich ab. Wo ist der? Okay. Einmal ist drin. Ah! Ich versuch, die ganze Zäsoren zu öffnen. Ja, Colin, das ist ein bisschen... Okay, ich lass es, ist ja gut. Ich mach die gerade laufen. Die seien sich ab, das war nicht der... Die seien sich ab aus dem Heli. Okay, okay, okay. Swatim kommt, Swatim drin. Swatim drin. Ey, ich muss zwei Beutel nehmen. Swatim ist drin. Swatim ist drin. Pass auf. Okay, okay. Swatim auf. Da ist Swatim. Super Sharpshooter. Was ist das denn? Hier ist Starfleider oder so? Ah, das sind hier die... Fuck! Das sind Paintball-Spieler. Half-Life 3. Leute, holt doch mal die Beute! Wo bist du denn hin? Verdammt! Jetzt zum scheiß Auto, da ist doch ein Marker, Colin! Hast du doch nie ein Videospiel gespielt? Doch, aber ich will doch nicht alleine sterben. Okay, wollen wir zum Wagen? Los geht's! Ich geh jetzt zum Wagen, ist mir doch scheißegal. Ich bin hinter dir. Ich war auch schon mal beim Wagen. Oh, Entschuldigung! Swatim ist! Ich hab ne Geisel erschossen. Swatim ist auf dem Roof. Das wird von deinem Lohn abgezogen. Ja, aber die war auch angriffslustig, hat die geguckt. Oh, shit. Abgedripped, dropped. Hier! Okay, richtig fett Kohle. Okay, wir haben genug abhauen. Leute, abhauen! Ist genug, genug! Genug ist genug! Colin, ich hab noch zweimal mit. Okay, komm, komm, komm. Komm, komm, komm! Missionsgebiet? Ja, Moment, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Hast du noch nie ein Videospiel gespielt? Nee, hab ich nicht, das ist mein erstes Fall! Wieso, merkt man? Warte mal, lass mich das noch reinwerfen. Swattinger von irgendwo! Okay, ist drin. Oh mein Gott, noch zweimal reingeschmissen. Swattinger mit... Oh, 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 oh! Das fehlt! Krogi! Ich bin da, ich bin da. Okay, ich komm, ich muss nur noch ein Fallen. Jetzt, 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 gehen, 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 gehen. Jetzt kommen wir im Schild, Krogi. Oh, yes! Ja, du Schuss, sag ich. Yes! Oh, Leute, Leute. Das war ehrenhaftes Töten. Ja. First try. Ihr seid draußen, sagt mal ganz kurz, ist das für euch irgendwie zumutbar? Ja. Weil wir brüllen und schreien und tun. Das ist echt krass. Das ist für mich nicht zumutbar. Ach, komm, Janina. Komm, ich schwitze, ey. Alter Verwalter. Was soll ich denn zu sagen? Ich zeig's einfach nicht. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Eingeweiht der Unterwelt, die Trophäe. Ja, ist so gut. Ey, wir haben alle Ziele erreicht. Oh mein Gott, wir sind die fucking coolsten. Das ist fucking next level. Wir brühen wir uns jetzt erstmal alle, dann haben wir sie runtergekommen. Ja! Wir sind die gottlosesten. Machen wir kurz eine kleine Pause und dann sind wir gleich wieder da mit Crime Boss Rocky City. Auf der PS5. Bis gleich. Willkommen zurück zu Crime Boss Rocky City, das Heißgame mit der Starbesetzung. Und mit der Starbesetzung meine ich Colin, Janina, äh. Collina. Krogi. Wir sind Collina. Und meine Wenigkeit. Was? Was ist auch J9? Ich bin J9, aber zusammen sind wir Collina. Yeah. J-Y-Unit. Mr. Collina, Mr. Mr. Dabolina. Mr. Mr. Collina, Mr. Mr. Dabolina. Mr. Dabolina. So, jetzt wollen wir rein. Leute, ich kribbelt. Ich spiel so selten. Ich hab Bock mehr. Macht Spaß. Ihr seid abgefuckte Streamer. Ja, ich bin jemand, der ... Machst du das? Zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack. Wupp Wupp! Let's fucking go! Wupp Wupp! Wupp Wupp! Okay. Alles's zu bereit? Geschicht abgelassen. Bad Cops, Bad Cops. What's we gonna do? What's we gonna do when they come for you? Bad Boys, Bad Boys. Was ist los mit uns? Aber jetzt kommt Meister Chuck Norris und Jakob. Ich hab eine andere Figur. Nee, doch nicht. Hat schon Angst, glaube ich. Was geht denn hier ab? Oh, das ist der Antagonist, ne? Ja, Sheriff Norris. Das ist doch böse. Nee, das bist du, Colin. Danny Drache. Das bist du. Ihr redet. Das ist auch so schön, wie er mit der Knappe einfach herumblättert. Ja, das ist wirklich geil. Als wären sie mit der Knappe geboren worden. Das ist aber auch eine schöne Knappe. Chuck Norris hat mit seinen Pistolen und Michael Rooker die ganze Zeit mit seinem Sturmgewehr. Oh, der ist ja der Metzen. Der Metzen. Alles klar, nächste Crash. Ah, jetzt können wir nicht mehr zurückfallen, glaube ich. Genau, voll gepumpt. Chuck Norris hat gar nicht so eine super krasse Badass-Stimme, ne? Nee, gar nicht. Ist eher so wie der, liebe Kinder, ich erzähle euch heute die Geschichte von den drei Honigbären. So, und die Geschichte hat keine Pointe. So, das ist genau das. Aber wir können jetzt kostenlos welche anheuern. Chuck Norris ein Löwenzahn, sehe ich ihn. Ich heuer mal kostenlos an. Ich habe mal Winger angeheuert. Was? Ich habe eine Katze hingestellt. Nächste. As you saw in the file, this is yellow, sir. Why the name? Um, he's a real player, sir. He basically runs Rock Hay's team. Cool, we'll see about that. What's his jam? Cash, not power. He's in it for the... Green. Money. How much is enough for one man? He's in it for the... I'll tell you what else. A night train like that? 20k. Ich möchte Chuck Norris wieder synchronisiert hören, muss ich jetzt mal kurz sagen. Ist nicht so badass motherfucking... Ja, das stimmt. Tut mir leid, lieber Chuck. Chuck, sorry. Ich kenne das Problem, dass man sich cooler fühlt, als man aussieht. Ich sage dir noch was. Sein Roundhouse-Kick ist auch nicht besonders. Was ist sie für eine geile? Die sieht aus wie ich. Einfach ich. Ey, ich nehme Fog. Einfach ich. Hast du auch ein Tattoo mit Gain drauf? Na klar. No pain, no gain. Nee, das ist wie nur Pain and Gain. Pain and Gain. Neue Tattoo-Idee geworden. Wo ist denn mein geiler Dude? Ich möchte meinen Shotgun-Johnny wieder haben. Das ist eine neue, aber die sind viel cooler. Die haben Skins auf den Waffen. Ich nehme Fog. Ich nehme Lucky. Alter, guck dir Fog mal an. Ja, aber die hat so eine Uzi. Will mal auswählen, dann sehen wir den nicht. Ja, guck dir vor. Ja, guck dir erst mal. Was ist das für ein Shirt, was so an der Seite so frei ist? Du meinst, wie das heißt? Das müsst ihr doch wissen. Das hat bestimmt so einen Profisportlernamen. Ja. Ihr seid doch hier die Pros. Ich bin auch ein Lauchboy. Okay, seid ihr bereit? Ja. Wir fragen, das ist ein kaputtes T-Shirt. Das ist ein kaputtes T-Shirt. Das hat bestimmt so einen geilen Fachbegriff. Wenn das quasi auf Nabelhöhe den Ausschnitt hat. Die Drop Shoulder. Ja, ja, genau. Drop Shoulder. Guck dir mal die Hose an. Drop Shoulder Monkhole. Es sind aber nicht. Wer ist denn nicht bereit? Der BDV Blau schon wieder. Ich dachte, er ist mit der Pixel-Kamouflage, aber es sieht einfach so wie Omas Tasse aus. Ja. Wir wollten was über seine Hose erzählen. Alle bereit? Bereit? Ready, go. Wir hatten Walkman dabei, Leute. Was müssen wir eigentlich tun? Wissen wir das schon? Nee. Ich habe keine Ahnung. Kassetten klingen aber sehr gut, muss man sagen. Er ist der fucking coolste Touchdown. Er hat das neueste iPhone. Hallo, je älter die iPhones, umso mehr kriminelle Sachen das machen. Oh Mann, ich mag ihn. Ich würde ihn daten. Ich sage es, wie es ist. Sorry, ich sage es, wie es ist. Michael Rucca? Hast du echt einen Crush? Michael Rucca? Aber nur in dem Spiel jetzt halt hier so, ne? Wie er halt da dargestellt hat. Sonst ist er nicht so dein Typ. Nee, müsste ich mal so sehen nochmal. Ich kann dir diverse Filme, zum Beispiel Henry Portrait of a Serial Killer empfehlen. Ich muss aber sein echtes und nicht sein Schauspieler. Ach so, ja. Jetzt geht er genauso. Jetzt geht er so Touchdown. Findet und tötet den Banditenanführer. Das ist doch mal im Auftrag des Guten. Das ist super. Okay, wir sind am Strand. Oh, Strandparty. Fucking cool. Aber das ist eigentlich, ist mir das schon zu hart. Boah, die Waffe. Da nehme ich nochmal kurz das weg. Alter, wieder hier. Guck mal. Alter, kann ich die? Warte, warte. Nimm doch mal. Die Waffen ausgepackt. Ich nicht. Wait, what? Der will kämpfen. Ich habe den Kracher da. Bist du dumm? Ich erschieße jetzt den Zivi. Wie kann ich die jetzt nochmal? Bist du verritzt? Was hast du? Du Freak. Du bist ein Freak. Da oben schießen die. Ich will gar nicht. Oh shit, ich bin down. Sie sind hier ein bisschen gepanzerte. What the fuck? Okay, ich muss... Okay, das Hauptziel. Das Hauptziel ist richtig gepanzert. Der ist weggerannt. Oh, Pixelmier. Du kannst hier durch diese Muschel durchschießen. Wie kann das sein? Kann mich jemand wiederbeleben? Ja, wie belebe ich dich? Frage von Trott. Ja, ja, ja. Wie kommst du dann kurz zurück und belebst mich wieder? Wirst du fixen? Zurück, zurück, zurück. Ich komme. Danke. War eigentlich eine saudumme Idee. Aber warte, ich muss noch mal nach. Ja, tu mir leid. Ey, wir hätten mich so gut infiltrieren können, die Strandparty. Hilf mir, hilf mir, RTV Blau. Ich dachte, du wärst Krogi sicher, so wie du aussiehst. Ich komme, ich komme, ich komme. Aua, 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 aua. Das ist einmal wieder ein bisschen clear. Aber ich beschützt mich, beschützt mich. Ich bin auch down. Colin wieder ab. Wir müssen ihn killen, ne? Wir haben nur fünf Minuten. Ich hole Krogi. Wir müssen da... Ich sneak mich ja zeitlich rein. Wirt, hol dir mal Adrenalin, R1. Mach ich gerade. Ey, wie... Bei mir ist R1 auf jeden Fall was anderes. Ja, kann sein, dass es bei allen anders ist. Wirt, du bist gleich down. Oh, fuck, ey. Ich liege. RTV Blau auch. Ich laufe jetzt mal Krogi hinterher. Wir müssen, glaube ich, hier mal kurz den töten. Ist egal, ob ich draufgehe. Ja, ich bin bei dir. Aber das Ding ist, wenn wir beide tot sind, dann ist es komplett vorbei. Oh. Okay. Der ist gleich down. Oh, der hat sauviel. Krogi, ich brauche dich. Wie? Der ist an dir vorbeigelaufen. Bitte Wiederbelebung. Ja, ich komme zu euch. Aber er hat sehr viel Leben. Ich bin gleich tot. Ich bin sterben. Ich komme. Wie lange hält der? Ich bin sterben. Alter, ich bin aber auch ganz schlecht gerade gewesen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, ich glaube, ich habe dich noch. Ja. Kann mich auch noch jemand haben? Ich glaube zu Colin, ich glaube zu Colin. Ich liege hinterm Haus. Oder mich. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich werde wiederbelebt. Du wirst leben. Das bin ich. Danke. Danke dir. Ach so. Ich spüre schon, dass Gutes auf mich zukommt. Da vorne ist er. Wo ist Colin? Ich hole Colin. Hier. Ich liege hier und bin gleich tot. Ich komme zu dir. Da vorne ist der Anführer, Leute. Der ist direkt vor uns. Ich gehe zu Colin. Ich weiß nicht mehr. Ich gehe zu Colin. Aber da steht, er schießt genau von da auf. Er wird nicht vor blau. Yes. Geil reingeslidet. Colin ist ganz schlecht gestorben. Ja. Ich wollte es zu schnell zu viel. Der ist da vorne, ne? Roter Punkt ist der Boss. Oh, da unten. Das ist eine Mördergrube. Die sind da unten drin. Die haben sich verschanzt. In der Schlangenmördergrube. Der ist am Hotel. Granaten? Nee, der ist weiter dran. Der ist weiter dran. Der, der, der. Freude gestohlen. Hören wir, wie er wegrennt, der kleine Wichser. Ja, die werden sterben. Genau. Weiter, 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 weiter. Er hat über so viel. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Granate, Achtung. Granate, Granate, Ping-Pong. Ich glaube, wir müssen damit gehen. Meine Beine, ich spiel meine Beine nicht mehr. Komm, 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 Pixel. Weil du keine Beine mehr hast. Müssen wir den mitnehmen? Okay, die Bullen. Ich ruf die Bullen. Ey Leute, die Zeit läuft. Was müssen wir machen? Zurück, irgendwo hin. Wir müssen hier weiter. Wir gehen hier raus. Oh, die Bullen sind da. Oh. Gut, Leroy. Und von hinten kommen. Okay, lauft. Ist clear, ist clear. Das ist unser Fluchtwagen. Wie es die zurückschnallt, wenn man die in den Kopf schießt. Sind alle noch im Leben? Ja, Kopf. Ja, ja, ja. Okay, nice, 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 nice. Lass abhauen, lass abhauen. Okay. Die Bullen kommen. Ja. Drei, zwei, eins. Ich glaube, wir haben keine Zivilisten getötet, oder? Toll, du lachst die ganze Zeit tot am Boden. Du hast nichts gemacht. Das hast du gesehen, wann ich gestorben bin? Du bist die ganze Zeit gestorben. Nachdem du überflüssige Umwege gegangen bist. Du bist die ganze Zeit gestorben. Auf deine Frage, ob wir keine Zivilisten getötet haben, muss ich sagen, das erste Bild von Anina war, ich bring jetzt diese Zivilistensau. Erstmal die Knarre rausholen. Tut mir leid, ich habe es aber auch angekündigt. Töte keine Zivilisten, steht hier. Sorry, es hat mich überkommen. Ich mache es das nächste Mal nicht mehr. Es hat mich überkommen. Ich werde immer mehr zu meinem Charakter. Das stimmt. Und ich weiß nicht, was mir sympathischer ist. Pain and Gain ist doch cool. So, jetzt aber. Jetzt wollen wir doch mal richtig hier. Diesmal mache ich nicht. Auch für uns, für superkrasse Badass-Motherfucker. Müssen irgendwelche Regeln gelten. Ja, bitte. Seien wir bereit? Yes. Welche Regeln gibt es jetzt? Also keine Zivilisten, Stealthen, wenn wir können. Ich möchte, wir können doch einmal, schaffen wir es mal einmal so ohne. Einmal Stealth rein? Oder schießt auf Tiere? Ihr seid nicht so Stealthies. Doch, das ist halt eher so ... Doch, doch, doch. Ach, jetzt? Ja, ich auch. Stealth. Eigentlich. Bis der erste Schuss gefallen ist, dann ging es halt nicht mehr. Wie war es bei der ersten Mission nochmal? Wir sind gestaft, aber du musstest die Leiche mitnehmen? Ja. Als Souvenir? Wie war es bei der zweiten Mission nochmal? Jemand schießt auf die Alarmanlage? Weil ihr einfach vor der Kamera standet. Weil ihr einfach vor der Kamera standet. Wie war es bei der dritten Mission nochmal? Ich bin ja weggegangen. Ich hab ein Zivi im Kopf geschossen. Oh, du bist ey. Aber Fingerpointing bringt uns hier nicht weiter. Also ... Vor allem, weil auf dich noch keiner gerichtet ist. Ja. Ja, er kann schön. Ja, ja. So. Keine Hunde erschießen, Leute. Hunde? Keine Hunde erschießen. Ja. Streicheln. Hunde werden gestreichelt. Wir bleiben da stehen, streicheln und weiter. Wir hätten uns bestimmt diesen Strand ... Okay, infiltrieren. Wollt ihr? Okay. Oh, es ist Nacht, wir infiltrieren? Ja. Was sagt euch das? Du kannst jetzt stealthen, Polinski. Oder wir steigen in diesem Van ein und fahren nach Hause. Ja, aber langsam. Wir treten vom abgeschwärten Gebiet. Okay. Kann man hier nicht rein? Alles gut. Alles gut. Nee, nee, nee. Nicht da anlang, da sind zwei. Okay. Okay. Wenn da wieder einer ... Das ist clear bei mir, ja. Ich will sie wieder alle in so einer Reihe laufen, so enten. Okay. Da ist einer, da sieht uns, da sieht uns. Oh, wo? Zurück, zurück, zurück. Und zurück hat mir gereicht. Ich will die Treppe hochgehen und von oben mit einem schallgedämpften Sniper-Rifle alles ausheben. Wie sollen wir noch gar nicht anders? Wie damals bei GoldenEye. Rest in Peace, Tina. Oh, der dreht um, der dreht um. Ich knock ihn dann aus. Jo. Oh, nee, 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 ich muss ihn nicht ausknocken. Wir gehen einfach weiter, wir gehen einfach weiter. GoldenEye. Sea Reflex. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Achtung, da ist jemand im Sicht. Nicht mehr. Nicht mehr. Oh, das ist ein geiler. Oh. Komm da nicht vorbei. Kann jemand ihn von hinten schnappen? Ja, ich hole. Ich geh mal die Leiter. Oh, oh, ich bin die Leiter. Wollte ich hochgehen. Ich bin genau hinter ihm jetzt. Bitte nicht auffallen. Ich hab's genau gesehen, wie du die Leiter hochgegangen bist. Ist es Vieregg oder was muss ich da drücken? BAMPA! BAMPA! Hab ihn! Schön. Leiche einpacken. Ey, du müsstest bestimmt von oben rüber, man. Ja, geh mal hoch, geh mal hoch. Hör auf Souvenirs einzusammeln. Geh mal hoch, ich komm mit. Hm, komm ich hier nicht hoch? Okay. Ja, vielleicht auch nicht. Nee. Nope, nope. Computer sagt nein. Hintenrum, hintenrum, da ist doch ein offenes Tor. Hier? Classic. Oh, nee, abgesperrtes Gebiet. Doch hier rein. Dann doch irgendwie. Vielleicht hier lang? Schau mal. Wir haben ja so ein Waypoint. Ich glaub, wir müssen hier rein, Leute. So. Hä? Da war doch eben statt. Ja, hier rein, hier rein, hier rein. Entsperren kann ich machen. Kommst du dir? Ach so. Ach, abgesperrt heißt einfach nur. Oh nein, das muss Wirt machen. Okay. Dieses komische Dings. Ich hab einen Leichensack mitgenommen. Wie hast du denn eben gestalt? Einfach nur Bumper? R3. Okay. Ich schau, ob hier jemand um die Ecke kommt. All clear. Stehst du da nur Wirt oder arbeitest du gerade? Er arbeitet. Kann man nicht so genau sehen. Und du hast immer noch die Leiche dabei, RBTV Blau. Ja, sag mir kurz, wie ich die Abpflege. Werfen glaub ich einfach. Komm schon. L1. Ich kann nicht, wenn ihr mir zuschaut. Komm, wir machen Sackwerfen. Warte, ich werf's weiter. Warte, warte, warte. Oh. Jetzt was und pass auf. Wenn der an Wirt. Oh. Oh. Pass auf. Oh. Ich schmeiß jetzt noch mal. Ich renne jetzt und schmeiß. Und spring auch gleich. Und und. Ey, jetzt komm ich noch mal. Okay, Tür ist auf. Und. Und. Warte. Zack. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was denn? Oh, shit. Kann mir jemand Deckung geben? Das ist ein Scheiß. Ja, wir sind da. Aber wir können da halt auch nicht reinpicken. Ja, geh mal da rein, komm mal zurück. Oh, shit. Oh, shit, da ist jemand tot. Der Sneak liebt ja ganz gut. Vom rechts rum, links rum, von dir aus gesehen. Pass auf, Granate. Geil du da raus, gell. Oh, fuck. Bitte Wiederbelebung. Ja, ich bin da. Aber ich brauche Feuerschutz. Okay, hab dich. Schön, danke. Sauber. Wo ist dieses Scheißleiche? Wer hat ihn eingedenkt? Ist das wirklich so notwendig, dass wir alle umbringen müssen? Das warst du mit unserem Freund Colin. Ja, ähm. Ich wollte zu diesem geilen Geschütz da vorne, wo wir alle hinwollen. Weil ich an dem Geschütz alle... Ich wollte euch retten. Und hab das Gegenteil bewährt. Ja, das wollte ich, ihr BTV-Blau. Stehen die Bonbons. Oh, Nate, Nate. Okay, hier. Kommt her, kommt her, kommt her. Was muss man da machen? Scheiße, Janina, wir müssen's machen. Ja, okay, komm her. Hau einfach auf. Ja. Das Gerät hat... Wo sind die Bonbons? Janina, wo sind die Bonbons? Ich weiß nicht, was wir machen. Du bist auch zum ersten Mal gerade gestorben in dieser Mission, oder? Ah, hier, hier, hier. Wir haben was gemeinsam spannend. Oh Gott, das ist das letzte Kapitel. Wir müssen alles noch mal von vorne... Siehst du da? Ich hab zwei, ich hab zwei. Ich hab auch, ich hab mich auch. Okay, let's go. Warte mal, müssen wir hin. Ich hab die nämlich victoriert. Oh, geil, wie ihr die... Okay, komm mit. Äh... Wie ihr die Drogen einfuckt. Wirklich, als ob ihr Übung drin hättet. Okay, okay. Wo bist du? Ah, du bist vorne raus, okay. Ja, weil da der... Weil da der Wagen ist. Oh, 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 oh. Er gibt's hin, er gibt's hin. Oh, da steht einer mit mehr Health. Aber da zeigt der Wagen hin. Ja, ich weiß. Da müssen wir leider rein. Da müssen wir hin, oder? Ja. Ich hab versucht, den zu outrunnen mit dem... Der mit mehr Health. Naja, der steht genau da. Wir müssen den erst holen, glaub. Hier ist einer drin. Ach, scheiße, da ist auch wieder ein Bohrer. Ist der tot? Oh Gott, Polizei greift. Okay, we're already dead. Nee, sind wir nicht. Abi. I got it, I got it. Okay, okay. Ich hab den Bohrer wieder. Ja. Ah, die ist ne leichte Bohrung, die krieg ich hin. Zweimal. Das ist nämlich an dein Schulpraktikum beim Zahnarzt. Ja, ne leichte Bohrung. Die mach ich. Du piegst raus, sehr stark. Ey, Janina, wenn ich gleich liege, dann bin ich tot. Ich meine, ich hab keine Wiederbelebung mehr. Willst du tauschen? Oh, oh. No, no, ich mach das schon. Okay. Ohohohoho. Oh my God, das ist close, Siddle. Okay, Bohrung ist auf doppelter Geschwindigkeit. Wir sind bei zwei Drittel. Oh, jetzt kommen wir noch ins Swat-Team. Vorsicht, vor dir, vor dir, vor dir. Nice. Geil. Ich glaub, die Gangster schießen jetzt auf die Bullen. Ja, da ist irgendwie komplett- Ja, äh, ja, die bekämpfen sich gegenseitig. Schön. Bleib. Wer möchte sie dabei stören? Ist gleich durch. macht das super gut ja ihr seid super ist fertig ist fertig ist fertig lebt es ist doch sehr gut muss ich sagen dass man dann von der beute abkommt das muss ja okay alles bereit ja bereit okay 3 2 1 wo bist du denn richtig ist gut außenrum 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 da ist was los aber ich warte ich muss hier kurz ich muss hier kurz ab ausharren okay muss auch was sagen weil die katzen ja weil wir euch ja vielleicht auch ein bisschen mit unserer guten laune den adrenalinpush nach unten gehen hinter uns hinter uns miau miau oh scheiße ziemlich abgeschlossen scheiße warum super sporting super sporting bei euch ich bin fast tot ich bin tot ich liege aber nicht komplett könnt ihr nicht einfach abhauen nein geht nicht ziemlich abgeschlossen ja er hebt mich auf ich hab's im blick wenn ich stinke ich habe schon wir brauchen mehr beute wir brauchen noch mehr säcke das noch mal zurück das war mal zurück das müsste in dem truck sein oder das ist doch bestimmt noch beute oder vielleicht auch wir müssen hin zu den bonbons ein komplett wir müssen zu den bonbons du hast recht fuck okay das ist komplett zurück ich habe halt noch nie videospiele gespielt ich weiß wie das geht keine ahnung ich habe aber wirklich nicht bis heute nicht rausbekommen wie das mit diesem adrenalin funktioniert 1 gedrückt halten gedrückt halten ja ach danke für diesen zusatz bis er spritzt wo ist noch mehr hier ok da ist aus fonds das wir haben das mit einem super gutes gefühl ich hab das viele geschaffen ich bin vielleicht ich Leichtere Missionen auch, aber es soll es nicht schmälern. Aber ich als Geist will das Geld. Was bleibt da denn sonst? Ich komm mit dem Draht. Warte, ich geb dir gleich der Kumpel, wenn du befüllst. Es kann sein, dass die Bullen wieder von hinten kommen. Wo ist denn das scheiße Auto hier hin? Da. Das ist alles voll. Kommt, beeilt euch. Das ist alles voll hier. Scheiße, direkt vor uns. Oder heute. Links vorm Auto, links vorm Auto, okay, ist voll. Oh mein Gott, wir brauchen mehr Beute. Wir brauchen noch mehr, das reicht nicht. Wir müssen noch mal hin. Reiz wollen sie nicht Swats? Die Swats sind da. Das ist natürlich ungünstig. Wir haben sie, wir haben sie. Noch mal zurück. Ich wünschte, wir hätten vier Packesel. Nein. Ich weiß nicht, Villa Riva. Er macht das aber super gut. Und Villa Bajo läuft noch. Kommst du zurück, Wirt? Ich bin gerade beim zweiten. Warte, warte, ich bin hinter dir, Mann. Okay, perfekt. Shit, 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 shit. Wir schaffen das, wir schaffen das. Egal. Irgendwas hat mich gebissen. Hier ist direkt vorne Zeug. Aber ihr könnt wohl los, der Rest sei Bonus. Aber hol ich halt Bonus. Das ist alles leer. Lass uns jeder von uns nur einen Beutel mitnehmen. Ja. Ist das echt Bonus? Ja, ihr holt jetzt Bonus. Ja, hinten sind die. Alles für einen Bonus. Oh mein Gott. Echt zu ... Also, ihr seid aber schon todesmutige Recken. Okay, jeder nur einen Beutel, das reicht, glaub ich. Safe? Ja. Ihr seid schon safe, sagt Krogi. Ja. Ihr seid safe. Okay. Ja, ich lauf. I died rich. Oh, die kommen hier rechts. Oh, der rechts. Oh, einer noch. Ist free. Schön. Oh, oh. Ich hör nur Funkverkehr von Leuten, die euch töten wollen. Yes. Oh, wie gut du springst und slidest, Janina. Ja. Ja, ein Genuss, ihr in der Spectator-Camp. Hier, hier, hier ist der Wagen. Hab richtig Sorge, um dann ... Du bist vorbeigerannt. Ja. Ich bin voll auf die andere Seite rein, aber ist egal. Okay, ich schmeiße. Ja. Jo ist drin. Okay, einer ist davon. Ja, ja, ja. Oh, fuck! Yeah! Let's go! Good job, good job. Rückenschmerzen, ne? Yeah! Good job, good job. Habt ihr gut gemacht. Boah, ich hab da gut gemacht. Alter. Oh mein Gott. Ich wär so sauer gewesen, hätt mir die Mission wiederholen müssen. Ja, wie eine Schweine, ey. Das ist viel besser so. Oh, shit, ey. Sehr, sehr schön. Habt ihr echt gut gemacht. Ja. Ey, ihr zwei auch. Guck mal. Ihr habt uns schön angefeiert. Mhm. Ey, ist gut. Gut, dass die Listen draufgegangen sind. 2 von 3 Bewertungen. 2 von 3. Perfekt. Stark. War geil. Die Stimmung ist ein bisschen gedrückt, aber ... Ey, das ist weird, das ist weird. Vanilla, Eis. Vanilla, ich war relevant, als ich in den 90ern war. Eis als Baby. Ja. Under pressure. Now let's move. Okay, now. Nicht sicher. Under pressure oder Eis als Baby. Oh, wie sehr. Oh, guck mal, jetzt haben wir einen Neu-Azubis hier. Yes. Ich behalte meine. Ja, ich behalte meinen auch hier. Meine. Pain and Gain, Leute. Ich bin bereit. Wen haben wir ihn hier? Meiner hat nur eine Pistole, es reicht. Volk Jupiter. Das ist aber ganz schön ein viel Understatement, was du hier mitnimmst, lieber Progi. Oder? Ja. Ich hab halt ein Moped auf meiner Brust. Und auf meinem Bauch. Bin ein Döner. Achso, ne, ist schon irgendwie anders. Guck mal. Eigentlich, ich wollt grad sagen, eigentlich hat Wirt sich doch schon entschieden. Eigentlich schon. Dein Herz weiß schon, was es will. Wirt ist entschieden. Ja. Warte, hast du die gleiche nochmal geklickt, wie jetzt grad? Ja. Warum? Ähm, weil wir die noch nicht abgeschlossen haben. Wir müssen das gleiche nochmal machen? Nein, nein, nicht das gleiche. Achso. Achso, ist das nächste davon, ja, okay. Ich hab... Drei Taschen müsste gehen, sagt Nicola, aber... Aber nur, weil du Jupiter nimmst. Achso, nur bei einem bestimmten Charakter. Also mit deinem Charakter. Meinem? Ah. Mit meinem? Okay, okay. Bist du Jupiter? Ich bin eine Frau. Du bist Jupiter, glaub ich. Boah. Kann das sein? Ist Jupiter ein Frauenarmer? Ist die ganze Zeit hinter deinen Wirklichkeiten zurückgeblieben? Ich kann's versuchen, okay. Du hättest immer mehr tragen können. Ja, ich wusste nicht. Okay, schnappt eure Taschen. Schnappt eure Taschen am Boden. Boden, zwei oder drei Taschen. Ich kann tatsächlich drei Taschen nehmen. Ich hab drei Taschen. Okay. Ich hab keine Tasche. Ist die noch eine Tasche? Ich hab eine Tasche. Wohin müssen wir denn? Wohin müssen wir denn? Lass doch mal raus jetzt. Rechts. Vorne und rechts. Vorne und rechts, ja. Wo sind denn die unsere Schuss... Da ist unser Wagen. Und der ist weg. Das war unser Wagen. Aber... Da können... Leute, holt Sachen raus. Geht zum Wagen und holt Sachen raus. Ich kann nicht mehr nehmen. Du kannst nur drei Taschen tragen? Ja. Tu mir leid. Oh shit. Paintballspieler. Die sind komplett weird. Boah. Ja, ich hol dich. Voll dich leid. Paintballspieler tot. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich hab mir nicht so dumm an dabei. Oh Mann. Wohin denn mit dem Zeug? Ey! Ich muss erst mal heilen. Ich muss erst mal heilen. Wie geht das denn? Ey, das ist... Granate, Vorsicht! Nein, nein, nein. Ey, R1 gedrückt. Und zurückkehrt. Du hast nichts. R1 gedrückt hat und ist Granate? Er hat das nicht, nein. Ach so. Ey, Leute, wir haben einen neuen Punkt bekommen. Okay, okay, wir haben einen neuen Punkt. Wir haben einen... Aber hier ist alles voll. Wir haben einen neuen Checkpoint. Oh shit, ich muss jetzt mal kurz... Beziehungsweise Extraction Point. Oh, jetzt kommen die Schildleute schon. What? Yes, what? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Warte, ich komme. Bam, 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 bam. Okay. Ich mach das nicht nochmal. Okay, weiter. Oh Gott, ich lad nach. Ich lad nach. Helikopter. Helikopter. Das ist ja mal gar nicht geil. Oh shit. Oh, da ist ein gepanzterter Wirt. Direkt links runter. Alter, oh mein Gott, das ist ja alles voll. Ich laufe. Alter! Extraction Point ist Hammer weit weg. Bist du hinter mir, Wirt? Ich bin hinter dir. Boah, ist der Draggernaut. Ich fress die Kugeln für dich. Draggernaut! Was ist mit dir? Der Draggernaut! Der Draggernaut! Der Draggernaut! Okay, ich hab was drin. Okay. Ich seh das Licht. Können wir gehen? Können wir gehen? Können wir gehen? Können wir schon abhauen? Hilfe! Hilfe! Ich seh das Licht. Die liegen beide am Boden. Hilfe! Warum hilft die mir denn nicht? Weil beide am Boden liegen. Ja, warum helfen wir denn nicht? Lass abhauen! Geht nicht, die liegen am Boden. Wie? Versteh nicht. Du müsst mir helfen. Oh Gott, es kommen halt immer mehr. Ich bin gleich tot. What the fuck? Scheiße, eine Granate! Ich bin tot. Nein, ich bin sterbend. Ihr könnt aus mich holen. Hilfe! Kann der nicht rüberkrabbeln zu uns? Nein, ihr müsst zu mir kommen. Ich komme. Geil. Ich kann den nicht wiederbleiben. Hier ist alles voll! Vorsicht! Hallo, ich bin sterbend. Oh scheiße, ich bin eine... Ja, ja. Hilf mir! Hilf mir! Das geht nicht. Oh mein Gott, ihr seid denkbar am schlechten Zeitpunkt gestorben. Also sterben ist immer schlecht, zugegeben. Komm! Aufstehen! Colin, hol mich schnell! Wo bist du? Ich lauf zu blau. Ich lauf zu blau, geh zum Auto. Ich geh Deckung, ich geh Deckung. Ich stecke überhaupt nicht mehr, wo die alle herkommen. Hilfe! Hier ist alles voll. Hast du blau? Ja, aber ich brauch trotzdem noch Deckung. Oh shit, die Bullen bisserl waren. Lauf, 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 lauf! Ehre! Lauf, lauf, lauf! Wohin denn? Zum Auto, zum Auto. Gelber Punkt. Boah, ich... Ich kipp gleich um, ich kipp gleich um! Ich bin tot. Oh mein fucking Gott. Wo bist du? Ich bin ganz tot. Ihr könnt auch abhauen. Okay, Auto, Auto, Auto! Ach, fick die Bärchen! Leute, ihr könnt jetzt nicht da und sterben, bitte! Willst du einfach kurz chillen? Okay, geht in den Bereich, geht in den Bereich! Achtung! Krabbel in den Bereich! Oh mein Gott, wie sollen wir denn... Krogi, du musst in den Bereich! Die liegen beide! Du musst in den gelben Bereich, Krogi! Ich weiß! Ich tank das, ich tank das! Ich heb dich auf und lauf bitte sofort! Hau da ab, hau da ab! Es geht nicht! Das müssen wir ja schriechen! Krich, krich! Ich komme! Ich kann die nicht die ganze Zeit aufheben! Okay, nice! Oh shit! Oh fuck, ey! Nochmal! Nochmal! Wir haben zu lange gebraucht, wir haben zu lange gebraucht, glaube ich! Egal, schafft ihr jetzt! Okay! Okay, okay! 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 Lassen wir nochmal ran! Hauptziel abgeschlossen! Geschichte abgeschlossen! Okay! Erfolg! Geht's weiter! Ah, top! Ja, Hammer! Hammer von... Wir haben's geschafft! Wahrscheinlich beim Bulli geschlossen! Ja! Ja, Mann! Meine Frau ist jetzt tot, also... Sie sind schon komplett weg, die Charaktere! Ja, gut, aber... Du hast dich ja eh noch nicht richtig an sie gewöhnt! Doch! Ich hab sie geliebt! Ach, sie liebt doch? Also ich bin... Nein! Ich bin ja nicht tot! Das war die drei Taschentusen. Ja! Aber die sind alle... Ich glaub, das Geld ist angekommen! Ach, ich bin der einzig, der die Katze noch guckt, oder was? Ja! Ey, es gibt ja nur noch Scheißcharaktere zum Auswählen! Fuck! Talk to me, Glovesy! So, ich überspiele ihn jetzt auch! Also meine hat einen Baseball-Vorschläger! Ja, es gibt doch zwei weitere, die das haben! Und einer hat einen Knife! 4-Head! Was ist denn das für Codenamen? 4-Head! So, ich nehm Stinger! Oh, ich nehm 4-Head! Ey, ich nehm den Typen mit dem 2-Head! 4-Head, wie keiner aussieht! Ey, kam aus! Okay, wen hab ich noch? Sieht aus wie aus der Flummi Open! Hangar Butterf... Oh, ist krass aber, dass die Charaktere weg sind! Okay, ist ein Banküberfall! Ein richtiger Halt! Ich glaube, wir müssen nicht Allguns Blazing reingehen! Glaub ich auch! Und... Wollen wir es noch mal versuchen? Ja, bitte! Ich hab ein MG dabei! Oh mein Gott, wie krass! Einfach schön! Wie geil! Sieht richtig geil aus, Wirt! Optik, mega! Ja, rip Jupiter! Wir überspringen, oder? Wir wissen doch, es geht... Es geht immer um den heißen Scheiß! Wir wollen mehr Geld! Es geht nur um Geld! Dann holt es euch! Mehr Geld! Mehr Geld ist immer gut! Aber dass ich keine geile... Adrenalinscheiße am Start habe! Fack mich ein bisschen ab! Vielleicht hast du einen neuen Charakter jetzt! Ich hab bisher nur Dirt from a fucking hell gehabt! Aber nichts geiles! Okay! Wir sind jetzt schon entdeckt! Ach, wir sind schon entdeckt! Das ist doch mal mein Kaliber! Wow! Ich hab scheiß Morgenstern zu werten! Nein, kein Morgenstern! Ninja-Stern! Okay, ich bin wieder beim Ding! Beim Bohrer! Oh, scheiße! Verarmt Fenster, Colin! Drauf! Ja, ja, ja! Oh, oh! Das sind Zivilisten! Die sind aber auch so dumm wie Brot! Wirklich, sich da reinzustellen! Ich bin meinen Bohrer! Ich betreue den Bohrer wie immer! Den Bohrer! Schöne Waffe! Gefällt mir! Oh, die sind drin! Die sind von der Seite, Janina! Ja! Der da oben! Fuck! Überheiz! Überheiz der Bohrer! Ja, ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin auf dem Dach! Das ist halt so klein, dieses Fenster, bei dem er schnell ist! Oh! Da hat jemand mir richtig Schrot in Poppes geballert! Die Mucke, ey! Ich hab so Ninja-Sterne zum Werfen! Sniper, wo ist der Sniper? Sniper, Achtung! Sniper, ich mach fertig! Sniper! Wo? Sniper! Auf dem Roof! Aber jetzt mach mal den Tresorraum, versuch ich das mal aufzumachen! Das war's mit dem Sniperini! Ja, Wiat, hier ist so ein Tresorraum aufgehalten! Colin versucht es gerade! Aber ich sag, ich mein ja nur, vielleicht kannst du's auch mal... Vielleicht macht das Wiat, Colin! Ich mein ja nur, ich will ja dir nicht zu nahe treten! Offen! Stark! So! Und jetzt hol ich mal richtig viel Kohle hier! Ach, das ist nur ein Sicherheitsraum! Ja, mach mal! Ich schieß dir alles kaputt! Ja, ja, genau! Korrekt! Polizei greift an! Wo ist die? Ich will die sehen und schütten! Borra ist auf Max! Ich hab keine Ahnung, was man hier... Mach einfach alles kaputt! Geht nicht! Borra ist schon wieder auf Max! Oh mein Gott, ich hab... Ja, schnell, Feuerwehr auf dem Ohr! Sniper! Sniper! Sniper, Sniper down! Komm, Sniper Man! Hast ihn gekillt? Sniper down! Schön! Gleich ist es offen! Macht euch bereit! Okay! Oh stimmt! Swat ist drin! Borra ist offen! Ein Schild-Bangle ist hier! Offen, offen, offen! Shield... Achtung! Shield-Boys hier! Jo! Man muss immer flanken von hinten! Wir müssen zurückfallen, zurückfallen! Janina, greif ihn von hinten an, bitte! Ich komm! Ja, wunderbar! Hat sich gedreht! Danke! Shield-Squat von... Hier ist offen, hier ist offen! Kommt mal rein und holt Boy! Ich mach, ich mach! Ich mach! Zweiter Borra hängt auch schon! Ich mach ein paar fertig von oben! Alter! Kommt rein ins Tresorraum! Ich hab ein Böse mehr hatte von oben! Tresorraum, Janina, gib mir Deckung! Ist tot, ist tot! Ich bin auch im Tresorraum! Alles gut! Ich bewache den Tresorraum-Eingang! Okay, ja, ich bin voll! Ich geh, ich geh! Wo müssen wir hin? Ich hab keinen Point! Snipers! Ich hab keinen Point auf der Marke! Was müssen wir machen? Also wohin, mein ich? Oh, die kommen, die kommen! Die kommen! Keine Munde mehr! Was geht ab? Leute, ich brauch Hilfe! Ich bin gleich tot! Leute, Hilfe! Direkt vor der Tür! Ich liege! Die kommen rein! Keine Munde! Paintballspieler! Kann mich mal einer aufheben? Swat-swat-swat! Schild, schild, schild! Ich hab, ich töte den! Während ich am Boden liege! Geiler, geiler! Ich will den Weg aufheben, bitte! Super! Ich hol dich wieder, ich hol dich wieder! Ja, so kommen wir Swats! Aber wo müssen wir dann hin? Danke! Swat kommt, Swat ist ... Ah, wieder so ein Prüggel-Boy! Alter, oh mein Gott. Weißt du, wo wir hin müssen? Ich hab keine Ahnung. Lass mal raus, oder? Ich hab keine Ahnung. Erst mal sammeln, erst mal die Beute einsammeln. Ich hab alles. Ich geh wieder aufs Dach, check die Lage auf dem Dach. Wahrscheinlich müssen wir das zweite hier auch aufmachen. Ich achte einfach wieder auf den Bohrer. Oben ist. Stark, Krogi. Krogi leert schon mal die Leute außen. Vor allem die Snipers. Wo sind die Snipers? Oh. Ich hab alle Tresore aufgemacht. Ja, ich mach grad ... Ich bin grad an den zweiten, den wir hier bohren. Ich bin bei dir oben, Krogi. Ich hab ein sehr schönes Gewehr mit dem Mann auf. Polizei greift an. Ja, das freut mich sehr. Ganz gut snipern kann. Habt ihr die Taschen voll? Nee, habt ihr nicht? Kommt mal her und holt die Taschen voll. Sonst geht's gar nicht weiter. Hier ist jemand im Tresor. Hier ist jemand im Raum. Okay. Hier sind Beute ready. Ich leg dir hin. Zweiter Tresor offen. Ich leg dir hin. Ihr könnt ja mitnehmen. Achtung, Prüggel-Boy. Aber Leute, kommt mal her und hebt die Sachen auf. Ja, komm. Oh. Oh, Schild, 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 Schild. Swat-Team ist drin. Hilfe, 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 Hilfe. Hey, holt die Sachen, holt die Sachen. Scheiße, hinter mir? Ah, die kam jetzt vom Roof. Kommt doch, kommt doch, kommt doch. Ich bin hier, kommt der. Okay. Fuck you. Ist jemand hier im Tresorraum? Ja, wir doch nicht. Ja, ich bin auch noch im Tresorraum. Ich kann mich nicht bewegen. Der hat mich gestunnt. Alles gut, alles gut. Down. Schild, Schild. Incoming Schild. Wo sind sie? Wieso wird denn hier rauskommen wieder? Krogi, ich glaub, wir brauchen vielleicht ein bisschen ... Da ist ein Juggernaut. Wirth, du kannst eine Tasche nehmen. Ey, Sniper geht nicht down. Wirth, nimm den noch mal ... Ja, scheiß auf den Sniper. Komm mal. Colin, du auch. Nimm noch eine Tasche. Ihr könnt beide noch eine Tasche nehmen. Komm mal runter. Ich hab ... Ich hab ... Ich hab ... Wuuu. Okay, ich hab zwei. Die weißen Räumel. Warte, lass uns bitte ein bisschen zusammenbleiben. Okay. Ah, wo seid ihr? Raus. Oh Gott, sind sie stark. Okay, Juggernaut. Ich hab nur ne ... Fuck. Wir brauchen nicht, dass du ... Wir sind viel zu stark. Wir sind viel zu stark, die alle. 2 sind drin. Scheiße. Ey, ich lauf nur mit einer Tasche rum. Ich hab zwei drin, egal. Ich hab zwei. Wo müssen wir denn hin? Wissen wir das schon? Ja, zum Auto. Ja, hier zum Auto. Ah, fuck, ich bin tot. Hier ist viel zu viel los. Keine Munition mehr. Scheiße, scheiße. 2 Taschen ... 2 Taschen von mir sind drin. Ja, dann komm runter, hilf uns. Unten kannst du über die Leichen laufen. Fuck, der Juggernaut hat mich. Ja, ich bin auch down. Ach du Scheiße, ich nicht. Es sind viel zu viele. Ich hab den Juggernaut. Okay, ich komm. Hier sind noch zwei Schildboys. Kannst du den Schildboy wegschießen? Schild ist weg. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Wo ist der verfickte Eingang davon? Ah, ich weiß wieder. 2 down. Ja, ja, ja. Komm, komm, hier sind wir. Hier sind wir. Ja. Wir sind an der Treppe. Ich hol euch. Bleib mal stehen. Hallo, ich bin auch noch da. Bleib bitte, bleib bitte. Sehr gut, ich kann euch sehen, aber nicht. Ist klar, dankeschön. Hab einen. Da sind noch zwei, da sind zwei. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Jetzt Level 5, Leute. Du kannst schießen. Nein, kann ich nicht mehr. Nicht mehr. Holt die Taschen, holt die Taschen. Kann mich jemand holen? Oh, ich sterbe gerade. Wo ist die andere Tasche? Ach da. Und ab zum Auto. Okay. Wo bist du? Ja, ich lieg halt direkt links von dir. Oh Gott. Ich komm, ich komm, ich komm zu. Du bist unten? Ja klar, ich war die ganze Zeit bei euch. Ich folge dir einfach nur wir. Ja, ja. Oh, das ist ein Sniper. Du sollst mir folgen. Wo bist du denn? Zum Auto, Colin! Aber wo bist du denn, wenn ich dir? Zum Auto! Nein, nein, nein. Laufen. Scheiße, scheiße, scheiße. Du musst auch selbstständig laufen können. Oh, SWAT Team kommt. SWAT kommt. Aus. Scheiße, mich hat's erwischt. Ja, ich komme. Ja. Ich komm wieder zu dir. Baller noch ein bisschen, ich komme. Alter, hier ist alles voll hier drin. Okay. Okay, Tasche weg. Eine. Auch down. Okay, okay, okay. Hier ist ein Juggernaut. Oh, Scheiße. Ich bin fast froh. Ja, ist zu viel. Hier sind zu viele. Die sind richtig stark gerade. Juggernaut ist down. Von hinten. Blau, bleibt da, bleibt da, bleibt da. Ich brauche Hilfe. Ich bin gleich tot. Ich bin bei Blau. Ich bin bei Blau. Ja, super. Ich bin tot. Blau, blau. Ich bin nur sterben. Okay, okay. Das ist ein Schild, dude. Oh Gott. Nate, 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 Nate. Ah, Beyblade. Ja, fuck, war das dumm. Okay, Juggernaut totet mich in ... Leicht. Ich hab keinen Schuss mehr. Oh mein Gott. Mach den Schild. Da war ich ein bisschen zurück. Hier ist alles voll. Ich komm nicht. Ich seh's, ich seh's. Ich hab keine Muni mehr. 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 Tot. Okay. Oh fuck. Das ist komplett ... Ja, sofort. Wir müssen alle die Taschen holen. Ja, das geht. Wir müssen so viel ... Einmal rein, alles zurück. Zweimal Taschen holen. Ja, ja. Raus. Okay. Das dauert ... War der Fluchtwagen denn schon da? Ja. Ja. Luftwagen kam erst, nachdem wir alles geöffnet haben. Ach so. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du ne Tasche hattest, war er schon da. Ja, okay. Man muss halt auf diesen ... diesen kleinen Marker da ... Oh Gott, alle Charaktere sind weg. Achten. Die Waffe war schön. Meine war auch schön. Ja, ich auch. Ah, da ist eine Schnelle. Komm weiter rein jetzt. Trämen wir uns das Geld. Ich hab ein super Gefühl. Okay. Oh, ich hab meinen Ranger da wieder. Oh, ich hab vorher noch. Ja. Hallo? Hallo. Nicht bereit? Ich will nicht Uzi Johnny spielen. Wie kann ich den denn wechseln jetzt nochmal? Runter. Kreis. Hä? Und jetzt gehst du auf dich? Welcher bist du denn? Blau? Auf deinen Charakter klicken. X. Okay. Kann man ein Videospiel gespielt? Das war auch richtig. Hast du gerade ... Hast du dich zwischen einem Menschen oder einem anderen Menschen gehasst? Das ist Hass. Also ich bin bereit. Bist du bereit, Janina? Okay, du bist bereit schon. Das ist Hass, lieber Chad. Geil, los geht's. Ja, das ist so. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Janina meint das alles mit so einem liebevollen, rostigen Nagel. Hör mal, schön mit dem Kapper. Du bist ein Dummkopf. Kapper. Kapper. Ja, ja, ja. Okay, ich geh wieder an den Bohrer, Leute. Okay, du gehst an den Bohrer. Ja. Ich hab ein schönes, leichten Scoop-Ding auf so Sniper-Boys oben. Ja. Aber bleibt in der Nähe, damit wir sofort rein können. Ja, ja, ja. Ich mach dann sofort die kleinen Tresore auf. Und ich mach den zweiten Bohrer direkt ran dann. Weil da muss nämlich noch ein zweiter auch noch angebracht werden. Okay, let's go, Leute. Es wird gleich geballert. Okay. Ich geh direkt zum Bohrer. Mittendrin. Oh Gott, ist hier woanders jetzt? Oh Gott, ist hier woanders jetzt? Nee, ist auch nicht. Die sind aber schon drin. Nee, warte, das ist eine andere Mission wieder, oder? Oh shit. Ich hab's mir listen erwischt. Ich würde so gern die Türen zumachen. Man kann die Türen zumachen, geil. Ja, aber die machen sich sehr schnell wieder auf. Na gut, aber man hört's dann vielleicht. Alter. Wo sind die denn? Mann, so, jetzt erst mal Orientierung. Bleibt in der Nähe. Ah, das warst du, sorry. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ja, dreifach. Oh, leck mich Arsch. Das ist Shotgun, Johnny. Du schießt, Colin, du kannst schießen. Ja, stimmt. Toll ich. Du bist gleich wieder hoch. Schieß weiter, Colin. Und da bist du wieder. Danke dir. Gerne. Also, wir beschäftigen uns weiter mit dem Schießen, ne? Auf Hälfte? Ja. Bohrer braucht noch ein bisschen. Ist auf Hälfte. Jo, dreifache Geschwindigkeit. Deploy Snipers. Ich komm nicht Snipers, okay. Egal. Serial Killer, du bist live, ja. Zwei Drittel, Bohrer. Macht euch langsam bereit. Oh mein Gott. Und zum dritten Mal auf dreifache Geschwindigkeit getroffen. Ich mach nie wieder was anderes als das. Was? Komm. Wo ist denn der Scheiß? Ach, klar. Okay, kommt langsam her, kommt her, kommt her. Boro ist gleich fertig. Ja? Okay. Ja, ja, kommt rein. Oh mein Gott. Offen. Schön. Schönen. Rein. Schönen. Okay, ich bleib mal draußen. Okay. Der Raum ist ganz anders diesmal. Das ist, glaub ich, ne andere Mission. Nein, nein. Das ist, glaub ich, zufalls generiert. Zweiter Bohrer dran. Holt euch schon mal die erste Beute, dass ihr die Taschen voll habt. Ich mach die Tresorio. Und die Saves. Taschen voll machen. Ja, das bringt doch keinen Sinn, zwei Taschen zu tragen, oder? Doch. Das bringt nicht, du kannst ja nicht schießen. Ja, eben. Ja, aber nur mit der Pistel. Scheiße. Na gut, wir können es auch so machen. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Oh mein Gott, alles voll. Oh, oh, oh. Dreh dich um und schießt. Ich bin hier seitlich, damit ihr seht, wenn irgendwelche Cheatboys rein kommen. Wir müssen noch warten, bis der zweite Bohrer durch ist, damit wir wissen, wo unser Wagen ist. Wir locken die hier rein, die werfen keine Granaten. Lass doch einmal Taschen füllen, damit wir nachher nur Taschen mitnehmen müssen. Und nicht noch alles füllen müssen. Das ist eine sehr gute Idee. Aber wirst du jetzt eine oder andere Taschen nehmen? Und die Taschen dann einfach auf den Boden werfen. Ja, das ist eine verdammt gute Idee. Na, Schmengen, Achtung! Ist noch was zu. Ja, ich glaub, die liegen alle. Okay, eine nehm ich trotzdem schon mal wieder mit. Ich bin wieder am zweiten Bohrer. Wenn der zweite Bohrer durch ist, wissen wir, wo unser Fluchtwagen ist. Also seid bereit. Ist auf dreifach. Hat jeder eine Tasche schon an? Ja, ihr habt. Ne, ihr habt nicht. Ihr könnt einfach an... Okay. Vorsicht, Tacticals. Ich nenn die einfach so, weil sie so aussehen. Jetzt kommen die Combine. Ich hab eine Tasche, aber jetzt schon mal einstecken. Ja. Einfach. BDV Blau, eine Tasche. Kannst du noch nehmen? Zweite Bohrer ist bald durch. Ja, meine wurde gerade weggenommen. Egal. Entschuldigung, da standen keine Namen drauf. Schön. Bohrer ist gleich durch. Wir können gleich einmal raus. Wir sind ja schon bei Bonusbeute, ne? Wir haben's doch geschafft. Bohrer ist offen. Bohrer ist offen. Wagen ist da. Ja, Wagen ist da. Let's go. Mit einer Tasche oder habt ihr jetzt zwei alle? Ich glaub mit einer Tasche. Okay. Wir können nicht mehr nehmen. Let's go. Raus, 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 raus. Ist direkt vor der Tür. Da ist er. Oh, der Start ist doch mal ein vernünftiger. Das ist doch mal easy jetzt. Kein Vergleich. Hier sind wir schon fertig. Ja, wir sind fertig. Seid da, das ist Bonus. Wir können gehen, ne? Ja, wir können gehen. Komm, ich hole den jetzt direkt um die Ecke hier. Was soll jetzt gehen? Ich hab die Tasche. Ich bin beim Auto raus. Ja, ist ein Sniper, pass auf. Okay. Ach, wolltest du noch behalten, oder wie? Ich hab das eigentlich deutlich gesehen. Ich hab's gesehen. 100 Prozent, nein. Raus, raus, raus. Oh, wir sind mit 100 Prozent raus. Da ist mir noch eine Tasche vom Wagen gefallen. Wieso war das plötzlich so leicht? Ich wollt nur lange riechen. Also im Verhältnis. Weil wir schneller waren. Weil wir schneller waren. Ist schon ganz schön, war schluss. Wir waren auch viel schneller einfach. Das war gar kein Problem jetzt. Krass. Eine können wir bestimmt noch machen, oder? Eine schaffen wir noch. Klar. Müssen wir überspringen, Katzin? Ja. Überspringen rein, damit wir Zeit haben. Boah. Macht aber schon Spaß. Geheimnis von dem. Mozart befreien. Ich bin richtig auf 100 Prozent hier gerade. Ich bin Bereiter denn fucking je. Bereiter denn fucking je. Geil. Wer ist noch nicht bereit? Blau. Krogi. Das stimmt nicht. Guck den Mann an, er ist bereit. Ich wollte das Momentum spüren. Let's go! Hast du das scheiß Momentum nur gespürt? Ja, hab ich gespürt. Geil. Töten! Your colleague Mozart was apprehended and taken into custody. Unfortunately, he is the owner. Skip, skip, der Skipper, ne? Ja, skip, 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 skip. Wir skippen, die skippen, damit wir genug Zeit zum Zocken haben noch. Howdy, partner! Howdy, howdy! Howdy, howdy! Welcome to my shooting range, just in the middle of nowhere. You can shoot numerous rifles here and guns you've never practiced before. Komm zu, Werther, sei leise. Tell me more. Ach, Fims geht ja, ich hab Tiere, ne? Geh wieder zu deinen Tigern. Habt ihr eigentlich gewusst, dass ... Oh! Sind die böse? Nein, nein, nein. Zivis, Zivis. Fünf Minuten haben wir Zeit. Ey, das schaffen wir. Wo ist Mozart? Fünf Minuten wofür? Folgt der Musik. Lauf! Lauf! Wir müssen geradeaus. Oh, ein Menschen kann brennen. Oh, wir auch. Aua, ich bin down, weil blutend. Sometimes. Galina, hilf mir. Dass diese Verkappen ... Ey, ich bin ... Also, dass hier wirklich die Zivilisten zwischen rumlaufen, als ob es hier eine Straßenfete wäre. Ja, das ist geil. Dankeschön. Feuer tut weh, aber deine Liebe ... Sometimes. Sometimes. I wish I burned angels. Sometimes. Kann man diesen scheiß Heli eigentlich runterholen? Nee, nur die Leute leider. Nur die Leute. Oh, die kommen auch, die kommen. Hä? Zurück zum Missionsteam? Here they come, here they come, here they come. Okay, na. Befreie einen Verbündeten. Oh, mein Gott. Runter vom Highway. Runter vom Highway. Wir müssen Verbündete ... Wo kommen wir? Runter vom Highway. Warum? My way or the highway. Hier, hier. Streppe. Äh, Treppe, nicht Streppe. Entschuldigung. Vier Streppen. Vier Streppen und einen Mayo. Das ist Mooshammer, den wir hier haben, oder? Ich musste irgendeinen ... Habt ihr ihn befreit? Ja, der folgt uns jetzt. Oh, oh, SWAT-Team. Raus, raus, raus. Runter, runter. Hier ist wieder gelbe Marker. Folgt den gelben Markern. Oh, hier ist ein Camp. Camp der guten Laune. Ich weiß nicht, ob das so ein Camp der guten Laune ist. Ist voll authentisch. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Ich bin bei einem gelben Marker. Und jetzt? Leute, wir müssen zu Mozart zurück. Wo ist der Mozart? Wo ist der Mozart? Müssen wir ganz nach Wien jetzt? Leute, Leute, wir müssen beschützen. Ab nach der Konflikt ... Oh, Mozart, ey. Tchaikovsky, Mozart, alle. Komm, Mozart. So läuft der denn so langsam. Wo ist der da? Lehmomund. Was ist das? Komm. Oh, ich hab keine Muni mehr. Fico-Bär. Hab doch noch Muni. Der folgt mir, weil ich zu ihm, glaub ich, gesagt hab, dass er frei ist oder so. Okay, er folgt, er folgt. Mozart läuft, Mozart läuft, Mozart läuft. Mozart ist bei Janina. Ja. Oh, rechts, 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 rechts. Dreht euch direkt nach rechts. Lecker, Mozart. Komm zum Auto. Oh mein Gott, geh da rein doch. Ich bin gleich tot. Oh, von hinten. Ihr müsst mich gleich wahrscheinlich ... Das abhauen. Ja, aber die schießen. Oh Gott, wie knapp. Ich hatte ungefähr null HP. Das war gar kein Problem. Mozart ist easy mitgefallen. Ja, muss schon mal eine machen, oder? Ja. Das war richtig easy peasy. Verschießt Mozart. Mozartkugeln. Hoffentlich hab ich gleich irgendwie fun. Ja. Fun? Come on, Beethoven. I can hear you. I can hear you. You barely. Ey, drei Sterne Generalmission war das. All right, LT. Drei Sterne, ne? Absolut feindlich. Skipp. Skippe dich, skipp. Papa. Okay. Und direkt bereit. Alter, zum ersten Mal wieder ... Direkt Viereck. Ich bin so bereit. Krogi, bist du auch ... Ja. Ich war jetzt erst in diesem Menü. Wolltest du kurz sagen. Krogi, warum hast du dich vorher schon bereit gedrückt? Weil ich einen Hänger hab. Du hast ... Skipp. High ping. Mein Ping ist high. Jiiiihaa. The South's gonna rise again. Ich möchte nicht, dass das hier endet. Irgendwie. Ich wusste nicht, dass es so viel Spaß macht, spielen zu zwacken. So geil. Skipp. 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 So. Okay, stealth. Skipp. Und haltet euch bedeckt. Ey, wenn jemand die Waffe zieht hier. Soll wir das in drei Minuten machen? Natürlich zieh ich die Waffe. Janina. Janina zieht die ... Hallo? Janina zieht die Waffe. Guten Tag. Ich zieh die ... Ganz normal. Ganz normal reingehen. Hallo. Ich möchte mit meinen drei Männern hier bitte einmal diese Bank besuchen. Wir gucken uns doch die Bank doch nur in Ruhe an. Wo müssen wir denn ... Für jemand einschüchtern. Wir würden gerne eine kleine ... Finde die Tafel mit Schichtnamen, Leute. Findet die Tafel mit Schichtnamen. Das ist die Aufgabe. Einschüchtern. Wir können die einschüchtern. Ey, fang ... Ich hab so Angst ... Ich bin ne Computer des Nachtwächters. Das ist die Tafel. Hier ist die Tafel. Habt ihr die Tafel? Ich hab die Tafel. Moment. Moment. Was ist der Alarm? Ich war's nicht. Oh Mann, Janina. Ich war's nicht. Du bist erhofft gegangen. Du bist erhofft gegangen. Nee, bitte nicht. Der ist bei der Kamera. Wer ist MTV Blau? Ich nicht. Ich bin immer Blau. Aber ich bin hier. Wo müssen wir hin? Alles gut. Alles gut. Wir müssen ... Okay, eins. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Schönen Timer machen können, wie lange wir das schaffen. Ich war's diesmal wirklich nicht. Wir müssen ... Ja, geht doch unser Grauen. ... Computer das Nachtwächter finden, ne? Das ist ne Zeit. Okay, gegen ne Zündschnur läuft grade oben ab. Ja. Computer. Runter, runter, runter. Computer das Nachtwächter, Leute, such den! Gut, dass ich nicht erschossen habe. Oh, hier sind Computer. Hier sind Computer. Ich geh den aus das andere Office. Ey, ich ... Ich fessel einfach ein paar Leute hier. Hier sind Computer, helf mir. Da kriegen wir Bonuspunkte. Ich hab den Computer gefunden. Habt ihr? Ich hab ... Ich lade grade irgendwas hoch an den Computern. Seid ihr oben? So, MTV Video. Zugang verweigert, okay. Ja, oben, oben. Kann man Computer testen. Komm schon. Oh, oh. Die Bullen, komm! Ich ruf den Bullen. Janina, lootest du da? Ja, ich bin am PC und gehacket den, weil's die Aufgabe ist, Colin! Hast du ihn gehackt? Es waren die Falschen, wir müssen noch mehr suchen. Hä, schneller! Dann war das ja nicht die Aufgabe. Naja, aber man muss das natürlich testen. Okay, SWAT-Teams, komm durch die Fenster. Das sind die Falschen, also ... Aber da ist das Zeichen für Computer. Ja, egal. Wir müssen andere Computer finden. Hier hinten. Aber das gibt's doch nicht. Hier hinten. Alter, wie viele kommen hier hoch? Ich pingel, ich pingel, ich pingel. Hilf mir doch. Das wär wie bei Human Centipede hier, die Treppe. Ist ja klar. Okay, ich bin ein Computer. Okay, komm mal. John Boy Walton. Kevin Walton. Okay. Mary Walton. Ihr wisst, was ihr machen müsst, ne? Den hab ich schon, der wird schon verarbeitet. Aber er wird immer noch ... Ja, okay. Wo ist denn das? Neue Computer suchen. Ja, hinten ist. Da, wo jetzt die Janina ist. Ja, den hab ich schon. Andere Computer suchen. Zweischer, nochmal andere. Bin beim nächsten. Ich denke mal, dass es in jedem Raum Computer gibt. Ja, ich bin beim nächsten. Oh, Shotgun Boy irgendwo. Scheiße, was ist denn denn? Fuck Computer. Computer in love. In dem Raum ist nur noch der hier. Gucken wir mal, wo der nächste Raum mit Computern ist. One, one, zero, zero, one, one. Hast du einen Computer gefunden? Ja, ich bin die ganze Zeit alle am durchtesten. Die dauern immer eine Weile, bis die laden. Bist du die Einzige, die die benutzen kann? Ich steh auch vorm Computer, aber ... Aber es geht wahrscheinlich nicht, weil der hier grade lädt. Und erst der abgelehnt werden muss, und dann den nächsten. Oder ich hab den schon versucht. Falscher Computer. Aber hier, wo ich stehe, ist doch noch ein Office, oder? Hab ich auch schon ... Ah ja. Datenträger, warte mal. Da hab ich auch schon zwei ... Alle beide ... Wird verarbeitet, hier ist irgendwas ... Hä? Was soll ich denn machen? Nichts? Zum Fortwand Datenträger einlegen. Mach mal. Hast du den Datenträger? Ich kann nichts tun. Ich hab den auch nicht. Hier. Ich hab schon vier Computer getestet, ne? Ja, hier ist noch ... Okay, ich geh ran. Die, die ich schon benutzt hab. Hä? Computer benutzen, ich benutze, ich benutze, ich benutze. Du kannst das, ich kann ... Egal. Okay, Diskette ist drin, wird geladen. Okay, Swords von unten. Wie jetzt hat's drauf. Es wird geladen, es wird geladen. Ja. Ich weiß nicht, wo noch welche sind eigentlich. Muss es langsam mal der Computer sein. Wie kommt denn den Haupteingang? Nee, ich bin grad hier bei einem. Ich bin bei dir. Da wird grad alles geladen. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Flashbang. Flashbang. Vorbei. Hammer. Lädt der grad noch bei dir Wirt? Bei mir zeigst du's nicht an. Wirt, achte mal auf deinen PC. Ich weiß nicht, bei mir ... ich seh's nicht. Immer noch nicht so weit. Na, guck mal nicht raus. Die sind alle schon ... alle schon getestet. Ey, ich find keine anderen mehr. Es muss der sein. Ich hab hier einen, ich hab hier einen. Der wird grad geladen. Ja, es muss der sein. Okay. Versteckte Frisor. Wo ist er? Die kommen, die kommen. Die sind oben, die sind oben, die sind oben. Was? Oben. Es war legit der letzte Computer von allen, die wir getestet haben. Hier ist viel los. As fucking always. Sehr gut. Das war schön. Okay. Rüber zu gelb. Jo. Oh! Aufbrechen. Oh Gott. Das ist geil. Das ist geil. Komm, wir müssen schon hier ballern, ne? Wir werden kaum aus dem Tresor springen. Hammergeil. Das ist geil. Das ist der first try. Hier sind wir. Komm, von rechts. Deck das, deck das. Ich beschwollenige den. Der will da einfach abhauen, der Zivilist. Ja. Wo willst du hin, Kleiner? Komm, Kalbinder. Ja. Sehr gut. Okay. Ich bin da. Der lauft ja immer noch Dudes rum. Ja, einfach mal. Das ist immer auch selten, also peinlich. Das ist wirklich unangenehm. Man schämt sich auch vor den Pferden, ne? Also, hau doch ab! Sonst schützt er echt nicht einfach. Wie sieht's an der Bohrerfront aus? Ja, der braucht echt, der braucht lange. Ich beschleunige die ganze Zeit. Okay, es geht los. Ready to engage. Nee, nee, das dauert noch. Der ist vielleicht auf 20. Das kann dauern hier. Das war Feindfunk. Er ist auf dreifacher Geschwindigkeit bei 20 Prozent. Die sind drin, sie kommen vorne. Ja. Down, down. Hier, Treppe. Genau. Sehr gut. Down, 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 down. Sie kommen rechts rein. Rechts, sie kommen nicht nur von unten. Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Danke. Ich geh mit Deckung. Aber sie kommen auch von unten. Boah, auf Hälfte ungefähr. Danke. Bitte. Oben auch, sie in oben. Flashbang. Hallo, kann ich mal wieder was treffen? Sie kommen oben lang. Okay. Fucking Bora überhitzt. Ich bin aber da. Komm, Treppe, Treppe, Haupttreppe. Ja, ja. Easy, kein Problem. We're down. Easy, we're down. Hinter dir. Colin, hinter dir. Ja. Komm noch mehr. Sehr viele Headshots. Sehr viele Headshots. Gib mir Deckung. Ich geh... Hast du alles im Griff, wir? Ich hole Colin gerade wieder. Colin, du darfst nicht mehr oben kippen. Noch einmal bist du tot. Okay, ich bleib ein bisschen in der Versteckung. Bora tut, was er kann. Zwei Drittel ungefähr sind wir. Brauch Munition, ich muss ein bisschen da rein. Hab Munition. Wir brauchen nicht mehr viel. Okay. Ja. Okay, ich guck mal so ein bisschen rechts. Ich hab das Gefühl, dass wir mal hier... Ich hab das Gefühl, irgendwo sind die doch. Mhm. Okay, der ist gerade noch mal auf maximale Geschwindigkeit. Jetzt hüpft er gleich durch sein. Boris gleich durch, Boris gleich durch. Okay, okay. Lass im Tresor. Lass im Tresor. Ja. Oben sind die angekommen. Links, 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 links. Schild. Swat. Ach, Fick doch. Mano. Was ist denn drin? Janina, wir brauchen Hilfe. Ja. Der ist doch auf maximale... Was warten wir? Was baut der denn so lang? Die Leiste ist durch. Au. Nate. Oh, ich bin down. Ich bin down. Ich liege aber direkt neben dir, Kogi. Ich weiß nicht, was für ein Bohrer ist. Der ist durch eigentlich. Aber er bohrt trotzdem weiter. Die Leiste ist eigentlich durch. Könnt ihr was für ein Bohrer klicken, Leute? Weil der ist eigentlich... Also, es ist aufs Maximum. Aber der Tresor geht halt trotzdem nicht auf. So. Okay, ist fertig, ist fertig. Offen. Geil. Boah, oh mein Gott. Schneller, schneller. Oh Gott, der ist immer noch alles öffnen. Mit Deckung. Ja. Ich geb dir Deckung. Da kommen diese Krassen. Diese Krassen kommen, ich brauche Hilfe. Ich lade. Okay. Schön. Alles klar. Okay, erstmal füllen und dann irgendwo hinwerfen. Ja. Alle in den Eingang hier. Muss doch irgendwas gebaut werden. Ja. Hier muss noch was entsperrt werden. Ja, das ist auch noch. Gepinkt. Hier muss ganz viel entsperrt werden. Ja, mach ich, mach ich. Ich bin dabei, ich bin dabei. Gibt's denn Bohrer? Gibt's denn hier nochmal? Hier zum Aufzug. Oh, was? Okay, wir müssen nicht. Okay, wir können gehen, glaube ich. Ja. Dann holt euch die Taschen voll. Da liegen welche im Eingang. Dann lasst du den Aufzug. Okay, ready? Seid ihr ready? Ja. Okay, let's go. Go, go, go. Scheiße, hinter uns, hinter uns. Ich bin schon runter. Oh, oh, oh. Ja, Lina, das sind aber ganz heiße. Das sind hier. Eieieiei. War alles im Griff. Hallo? Ja. Dein Pixel wird. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich down. Ich bin gleich down. Warum gehst du da lang? Weil ich flänke. Da ist ein Stück mit Schild. Hallo? Oh Gott, ja. Fertig. Warte kurz auf mein Leben. Okay, ich schilde dich. Ich bin down. Versuche dich wieder zu beleben. Geil. Mit Deckung? Ja. Ja, hier kommt zu viel. Ich kann nicht so viel decken. Da kommt alles voll von der Treppe gerade. Schlüsselkarte verwenden. Was für eine Schlüsselkarte? Eine Zugangskarte. Was für eine Schlüsselkarte? Ich bin auch down. Jo. Ich lenke. Wir müssen irgendwo eine Zugangskarte finden. So wie zum Fix haben wir ihn entbinden jetzt. Ich muss eine Tasche weglegen. Ich hab gar keine Tasche. Gehst du Krogi? Ja. Alter, hier ist alles voll. Ich bin gleich wieder down. Ich hab keinen Adrenalin. Oh, Flashbang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ey. Man sieht nichts mehr. Ich liege. Ich bin komplett raus. Krogi, wir machen das. Du hast ja nicht mal mehr Musik mehr raus. Das ist ja wohl lame. Man kann nur noch ins Spectator gehen. Ja, ja. Man muss eine Zugangskarte finden. Dann kriegst du ein bisschen Mucke. Aber man fühlt sich schon leider sehr aus. Ah. Au, au, au. Okay, ich verteidige dich. Okay, such die Tische ab. Such die Tische ab. Wonach sieht es aus? Oh, RBTV. Zu dir, Krogi. Oh, geil. Im letzten Moment. Oh mein Gott. Das erste Mal, dass ich komplett tot bin. Das ist schon ein schönes Gefühl. Okay. Ist aber auch mein zweiter. Auf der anderen Seite? Ja. Oh Mann. Wie sieht die Schlüsselkarte hier aus? Die Schlüsselkarte. Fuck! Fuck! Schöner Abschluss, ja. Also ihr müsst jetzt echt jedes fucking Office, ihr müsst nach einem Boss Office suchen. Vielleicht unten, Leute. Vielleicht unten, ne? Das stimmt. Ja. Weil oben haben wir eigentlich alles wegen den Computern schon durchsucht. Okay, stimmt doch. Aber da steht doch mal Office. Ja, das sieht doch hier nach einem wichtigen Office aus. Ja, hast du denn da überall Office drüber, oder? Ja. Wo solltest du's denn suchen? Ja, da kommt wieder People. Also oben war ich in fast jedem Raum, ey. Wegen den Computern. Ja. Und da haben wir noch gar nicht geguckt. Versteck mich hier im Zimmer. Balle alle kaputt. Ja. Alter, ist es so. Oh, ja. Schildman. Schildman und Blaustab-Mann, ne? Oh, je. Fuck! Ja, schau. Geh runter! Zu leide. Mein Ben. Das ist doch ein Boss-Büro. Nein, das ist nur in Unterzeichnung. Nein, 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 nein. Das haben wir nicht alles durchsucht. Alter, man hat nicht mal einen Hinweis, wo die Scheiße liegt, oder was? Assistant to the Regional Manager. Ja! Ich wusste unten! Alter! Sehr gut. Oh, fuck! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Duck dich! Duck dich! Man! Ja, ja, wird! Oh, mein Gott! Dort! Fürs Team! No way! Das war viel zu schwer. Stark gekämpft trotzdem. Sehr, sehr strong. Es war echt gut. Sehr, sehr strong, Leute. Ach, schon geil. Okay. Das war Crime Boss. Das war Crime Boss Rocky City. Mittlerweile auch für die Konsole erschienen. Wir haben's grad auf der PS5 gespielt. Wenn ihr's auch spielen wollt, es gibt's für PC und Konsolen. Und nächste Woche geht's weiter mit Gunfire Reborn. Da sind mit dabei Krogi, Janine, Valentin und Gregor. Schaltet gerne ein. Die machen Boss-Rushes und es werden Kies verteilt. Vielen lieben Dank, 545. Und jetzt geht es auch weiter mit der Pre-Show. Oh, meine Spiele. Spielejahr 2005. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Spiel fandet. Und unterstützt uns gerne über den Rocket Beans Supporters Club. Und? Hast du noch letzte Worte? Habt ihr noch? Danke! Ciao! Wird das ne geile Sau. Und Janina ist ne Frau. Jetzt nimmst du noch einen. Und du? Und... Das ist das für ihn. Pau. Oh! Rrrrrrrr! So schön. Pau. Wow! Okay, bis zum nächsten Mal. Wauw! 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 Wauw!